Aufnahme. Läuft. Hindys. Sind aus. Warte kurz. Gut, dass du fragst. Deswegen machen wir das ja. Ja, ist ausgeschaltet. So, meinen Tee habe ich vorhin schon ausgetrunken. Ich habe hier noch ein Schlückchen Wasser. Und wo hast du deinen Tesla gelassen? Im Parkorbit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast Folge 62. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, ähm, wir sind ja in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen unregelmäßig geworden. Aber man muss sich ja gute Vorsätze fürs neue Jahr fassen. Und wir hatten das ja in der Vorbereitung schon besprochen, dass wir da versuchen im 2018 wieder ein bisschen regelmäßiger zu werden. Aber jetzt zum Jahresende. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie das ist. Wir sind froh, dass wir überhaupt noch eine Sendung unterkriegen. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben eine schöne Sendung vorbereitet. Also man merkt sowas ja immer, dass das Jahr zu Ende geht. Wenn Chewbacca bei Minkorrekt ein methodisch inkorrekt stille Nacht singt. Ja, oder auch wenn wenn die Raketen wieder häufiger fliegen. Der sogenannte Jahresendrun. Aber zuerst einmal wollen wir uns bei unseren doch mittlerweile zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer bedanken. Und da kommen wir zu Patreon. Da sage ich gleich noch was zu. Aber jetzt erstmal vielen lieben Dank an den den Sebi, den Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw Aero, Rominger, Rominger, ähm, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, und ich lese mal ganz nahm vor, weil ich wette, dass das nicht der echte Name ist. Wenn, dann wäre es richtig cool, weil er heißt Hans Olo. Also versteht ihr? Hans Olo, Hans Olo. Ähm, Also wenn du wirklich so heißt, Respekt. Ähm, Christine, der McMurdoch, ähm, Markus, Hori, äh, der Thomas, Ronald, Jochen, Niklas und Johannes. Das waren unsere Patreon-Leute. Und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, bei Patreon gab es so ein bisschen so ein, ähm, äh, Problem, dass Patreon angekündigt hat, dass sie, äh, an den, äh, Gebührenstrukturen schrauben werden und dass man jetzt, ähm, als Supporter, ähm, nochmal eine Gebühr auf die Pledge zahlt. Also wenn ihr einen Dollar pledgt, dann zahlt ihr nochmal 2,9 Prozent plus, äh, 39 Cent, äh, Gebühr darauf. Ich glaub 35 waren's. Oder 35 Cent. Ähm, was vor allem, also vor allem ins Gewicht fällt, wenn man... Ja, dann bleibt von so einem Euro nicht mehr viel übrig, Ja, umgekehrt, dann kommt ja nochmal ganz schön ein Stückchen drauf. Ähm. Ja, also an Gebühren halt. Ja, genau. Aber es bleibt halt an Geld nicht mehr viel übrig, dann bei kleinen Dingen. Genau. Und deswegen, ähm, und das hat dazu geführt, dass massenweise Leute Patreon verlassen haben und jetzt quasi vor einer Stunde oder so hat Patreon angekündigt, dass sie diese Änderung doch nicht machen wollen. Also es bleibt irgendwie alles beim Alten, aber alle sind ein bisschen unzufriedener mit Patreon geworden. Ähm, das haben sie so gut hingekriegt, ähm, aber das ist ja zum Glück bei uns, beim Countdown-Podcast nicht unser einziges Standbein, denn wir haben ja noch, äh, Libera Pay, was ja, äh, Patreon in Non-Profit und, äh, ja, von der Philosophie einfach netter ist, ähm, wo wir auch mittlerweile so um die 30 Euro pro Monat bekommen. Das wird ja bei Libera Pay, äh, wöchentlich angerechnet. Also wir bekommen pro Woche 6, äh, 7,66 Euro und das rechnet man glaube ich mal 4,3 und dann ist es halt mal bei einem Monatsbetrag, das kann sich ja dann immer von Woche zu Woche ändern, aber das ist jetzt bis jetzt immer sehr konstant geblieben und das ist auch sehr schön. Ja, ähm, also. Vielen Dank jedenfalls. Genau. Das hilft uns echt weiter, denn, äh, das heißt dann einfach, dass wir mal so, so kleinere Exkursionen durchführen können. Äh, gut, die nächste werde ich größtenteils selbst bezahlen. Ja, das ist. Aber, ja, das ist, äh, es ist enorm hilfreich und, äh, das wird auf jeden Fall, also wir wollen auf jeden Fall noch, äh, nach Bremen, das wird jetzt auch nächstes Jahr auf jeden Fall so schnell, wie es geht, angeleiert. Genau. Und, ähm, dann schauen wir mal, äh, achso, nee, nächstes Jahr zweimal nach Bremen. Äh, macht das, macht das Sinn? Ich weiß gar nicht. Eigentlich müssten wir das irgendwie kombinieren müssen. Genau, ne? Dazu sprechen wir jetzt aber nicht jetzt. Ja, sorry, das fählen wir jetzt gerade eben auf, irgendwie so zweimal Bremen, weil der IAC, äh, äh, der, der International Astronautische Kongress ist da, ja? Ja. Und dann, äh, ein gewisser ISA-Mitarbeiter, der in einem gewissen Film auftauchte. Ja. Mit dem wir uns gerne mal unterhalten wollten. Genau. Das wäre eigentlich nicht doof, wenn wir das, äh, kombinieren könnten. Naja, ähm, also für große Springe reicht's noch nicht. Ähm, wir zahlen halt davon immer unsere Ophonic schön und unsere Web-Hosing-Gebühren und Domain-Gebühren. ist ja so ein bisschen, äh, auch so ein Kombi-Ding für mich. Ähm, ich mach ja mehrere Podcasts und da fallen ja, ähm, manchmal auch mehrere Gebühren an. Also ich muss ja jede einzelne Domain einmal im Jahr bezahlen und, ähm, deswegen ist das jetzt nicht nur für den Content-Podcast, aber der Content-Podcast macht ja schon den größten Teil aus, beziehungsweise es würde auch nicht viel weniger werden, wenn's nur für einen Content-Podcast wäre. Von dem her, ähm, ja, ist das jetzt auch, wir haben ja so ein bisschen Rücklagen angelegt, die sind jetzt wieder ein bisschen zusammengeschrumpft, ähm, wieder da transparent sein, äh, weil wir Domain-Gebühren jetzt zahlen mussten im Dezember und, äh, ich hab ja Aufkleber drucken lassen, äh, die kommen, sollten jetzt morgen kommen, äh, die wird's ja für unsere 5 Dollar Patreons, ähm, frei Haus geben und wie wir das nächstes Jahr machen, weil wir ein bisschen jetzt weg von Patreon gehen, werde ich mir noch überlegen, auf jeden Fall war das jetzt versprochen, einmal im Jahr gibt's gratis Aufkleber, frei Haus für alle Leute, die uns mit 5 Dollarn oder mehr unterstützen und, ähm, genau, die werde ich dann zu Weihnachten verschicken und ich hab jetzt auch noch, äh, so aus einer Laune heraus Weihnachtspostkarten, ähm, drucken lassen, 25 Stück, war die kleinste Auflage bei Wir machen Druck, ähm, und ich glaub, ich glaub so 10, 15 haben wir schon verbraucht oder sind schon verplant sozusagen, ähm, ähm, aber, ja, schreibt uns doch mal, wenn ihr eine Weihnachtspostkarte haben wollt, äh, ich, ich schau mal, also ich will die halt vor Weihnachten halt alle loswerden, weil das tatsächlich, äh, nach Weihnachten wenig Sinn macht, die Postkarten noch zu verschicken, von dem her, ähm, wenn ihr da eine haben wollt, äh, schreibt, schreibt mir doch mal einfach eine DM oder E-Mail mit eurer Adresse, dann schicke ich euch eine, ähm, ich glaub, du hast dir noch nie so viel Druck gemacht, jetzt schnellstmöglich die Folge rauszuhauen, nach der Aufnahme. Das stimmt, naja, aber ich bin auch grad, sehr produktiv, was das Podcast Öffentlichen angeht. Ähm. Ja, merke ich auch bei mir tatsächlich irgendwie im Vergleich zum letzten Jahr, bin ich doch jetzt im Dezember relativ, äh, äh, produktiv geworden. Ja. Das, äh, war's, äh, zu, äh, Patreon und Geld und alles. Wir haben noch ein paar weitere Unterstützer. Ähm, wir haben nämlich zum einen den Manuel, der, ähm, quasi sich bei Patreon abgemeldet hat und uns dafür eine, äh, recht, äh, etwas größerer, ähm, Einzelbetrag auf Paypal zu kommen ließ. Ähm, dafür herzlichen Dank. Das ist natürlich auch schön, wenn man mal so einen größeren Batzen bekommt, grad jetzt in der Weihnachtszeit, wo, wo man doch viel drucken muss und solche Sachen. Ähm, ich geh nochmal auf Paypal, wer uns noch was geschickt hat. Der hat auch jemand was geschickt. Sebastian war nett. Äh, der hat uns beiden, äh, einen kleinen Betrag geschickt. Genau, etwas Weihnachtsgeld. Genau, und dann haben wir uns natürlich auch noch und der Hori ist bei mir mit, äh, zu den, zu den Patreons, äh, ich hab ja auch ein eigenes Patreon, von was geht, äh, dass, äh, dass ich, äh, sehr sträflich vernachlässigt habe, aber ich bedanke mich natürlich, das kommt direkt bei mir an. Äh, vielen Dank. Genau, und wir haben noch, ähm, vom, äh, Chris mit K, ähm, noch ein bisschen Weihnachtsgeld bekommen und, äh, äh, ja, das ist auch ganz gut. PayPal ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ähm, da zahlen wir ja überhaupt keine Gebühren drauf und, äh, das kann ich direkt so dann auf unser Konto abbuchen. Wir haben ja mittlerweile auch ein eigenes Podcasting-Konto. Was mir beim Thema Geld einfällt, äh, was nichts direkt mit dem Podcast zu tun hat, äh, es bietet sich ja als Freiberufler, wie ich ja erinnert bin, an, irgendwann mal ein Geschäftskonto zu eröffnen. Ja. Jetzt hab ich alles über mein Privates gemacht und da wird ja immer diese Fido-Bank, äh, Fido-Bank, äh, Fido-Bank empfohlen. Fido, genau, da ist auch mein Podcast-Konto, halt als Privatkonto, nicht als Geschäftskonto. Ja, ich hab das auch als Privatkonto angemeldet. Ja, als Geschäftskonto, dann könnten wir halt auch anbieten, dass die Leute uns direkt Geld überweisen als Spende. Aber es geht leider nicht, da ich ja noch Student bin und keinen, mich nicht als Freiberufler anmelden darf, sonst falle ich irgendwie aus der Familienversicherung raus, weil so, ich bin ja noch unter 25. Ähm, deswegen geht das leider nicht. Okay, äh, so wie ich das verstanden habe, darf ich das als Freiberufler auch mit dem Privatkonto machen, dort? Ja, nee, ich glaub, das ist, ja, die meckern halt, wenn das dann halt zu viel wird. Ah, okay. Ja, ich werd schauen. Dann, dann sollen sie meckern, wenn's zu viel wird. Nee, äh, was sich, was sich rausgestellt hat, äh, man kann sich dort sehr schwer anmelden. Ja, das hab ich gesehen. Diese, diese komische Identifikationsdingens da, die machen das mit Video oder, oder behaupten, dass sie das machen. Irgendwie hat damit noch keiner, äh, Erfolg gehabt, so richtig. Ja, ich hab damit zweimal Erfolg gehabt, aber das war schon vor ein paar Monaten. Ah, okay. Vielleicht ist es jetzt schlechter geworden, aber da, damals musste ich auch relativ lang warten, ich glaub, da hab ich so eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife gesessen. Ich hab noch, ich bin noch gar nicht mal in die Warteschleife reingekommen. Ja, ja, ich hab's, ich hab's gesehen. Also, das war irgendwie, sehr merkwürdig, das, dann hab ich nach einer Woche ungefähr aufgegeben und hab gesagt, na, hätte ich gleich Postidentverfahren gemacht, dann hätte ich jetzt schon seit vier Tagen den Zugang, im schlimmsten Fall. Also, ja, sehr merkwürdig. Ähm, ja, irgendwie fiel mir gerade ein. Sorry. Genau. Äh, dann kommen wir zum Feedback. Da haben ja, hat sich auch einiges angesprochen, gesammelt. Da haben wir einmal eine nette E-Mail vom Philipp bekommen. Der hat sich, wir haben doch mal, äh, etwas länger über unser Amazon Affiliate Ding geredet, wo sich jemand eine, äh, eine Kühlbox gekauft hat. Erinnerst du dich? Äh, jetzt spontan ehrlich gesagt nicht. Naja, also jemand, äh, man hat sich eine, eine Kühlbox gekauft, das ist anscheinend was, was man ans Auto anschließen kann. Ja. Ähm. Sowas, äh, ist mir aber bekannt. Genau. Irgendwie so ein bisschen, kommt es mir bekannt vorab. Ja, genau. Und, ähm, habe ich irgendwie behauptet, das würde mit Druckloch funktionieren, das war natürlich falsch, hat mir dann nochmal, äh, äh, Pelztier-Elemente. Ne, 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 das auch nicht, ähm. Was, keine Peltier-Elemente? Äh, genau, ähm, dann, ähm, also er, er meinte irgendwie, er hat sich das gekauft für, äh, für, für das Auto, weil er irgendwie Kinder hat und für lange Autoreisen braucht man dann schon einen richtigen Kühlschrank, also mit Kompressor und nicht mit Peltier-Elementen. Aha, okay. Ähm, und, äh, das hat er sich jetzt halt über unseren Affiliate-Link gekauft, was uns ja dann nochmal ein bisschen Geld auch dort eingebracht hat. Also könnt ihr euch unterstützen, indem ihr eure Weihnachtseinkäufe zum Beispiel über unseren Affiliate-Link macht, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr was bei Amazon kauft. Und, äh. Ich hatte bis jetzt bloß gehört, dass sowas, äh, meistens mit Peltier-Elementen funktioniert. Ne, ne, er hat das extra erwähnt, dass das, äh, dass das mit richtiger Druckluft, äh, mit Kompressor, äh, also nicht Druckluft, mit Strom. Und irgendein, irgendwas drin, äh, Ammoniak oder Butan oder irgendwas. Und sowas. FCKW darf ja heute nicht. Ja, genau. Also, genau. Es ist halt, äh, schließt mal einen Strom an, wahrscheinlich irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es auch an die Autobatterie geht, das hat er jetzt nicht geschrieben, aber das ist dann, äh, mit richtigem Kompressor und keine Peltier-Elemente. Jo. Ja, heutzutage hat man die Wahl zwischen entweder brennbar oder giftig. Früher hatte man noch die Auswahl, äh, schlecht für die Ozonschicht. Mhm. Und, ähm, dann haben wir, genau, ein längeres Kommentar zur, äh, Challenger-Mission bekommen. Das hast ja du auch, äh, willst du es mal vorlesen? Ähm, hab ich es jetzt vor mir. Dann lese ich es vor. Genau, äh. Vom Chris mit CH. Diesmal eine kleine Ergänzung zum Challenger-Unglück, da hatten wir ja letzte Folge kurz drüber geredet. Das Hauptproblem hatte zwar mit den Dichtungen zu tun, wie ich behauptet hatte, lag aber nicht an den Vibrationen, auch nicht am, äh, nicht allein am harten Gummi aufgrund zu tiefer Temperaturen. Stattdessen liegt die Dichtung in einer Griffzange, Tang auf Englisch, die mit steigendem Druck auf die Dichtung drücken sollte. Stattdessen bog es sich aber auseinander. Also die, die, äh, diese Zange da. Genau. Das war normalerweise kein Problem, weil die Dichtungen durch den Innendruck des Boosters ein wenig aus ihrer Grube kamen und wieder dichteten. Okay? Wenn es zu kalt war, genau, ah, genau. Also die Arbeit, weil es zu kalt war. Ich hab den ganzen, ich hatte den ganzen Mechanismus, hatte ich noch nicht kapiert gehabt, muss ich sagen. Äh, muss ich mich auch für bedanken, dass diese Griffzange, also, dass da so eine Griffzange ist, die eigentlich hätte die Dichtung, äh, dichten sollen. Äh, das war mir nie bewusst. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwie gehört, ja, äh, es gab schon Probleme und darauf, äh, weiß der Chris ja auch hin. Na, äh, wenn es zu kalt war, blieben die, blieben, blieben die Dichtungen der Grube und die heißen Verbrennungsgase brannten die Dichtung dann teilweise weg. Das wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass die, äh, dass die halt eigentlich von so einer Zange zusammengepresst hätten werden sollen. Das wusste ich nicht. Äh, das, das erklärt jetzt sehr, sehr viel. Weil ich wusste halt, okay, ja, die haben, äh, die haben dort Probleme gehabt und teilweise ist ein Drittel der, der Dichtung, äh, weggebrannt gewesen. Und Richard Feynman, äh, der, den, der, das Schlusswort sozusagen von dieser Rogers-Commission, äh, gemacht hat, den Minority Report, äh, ja, das Wort gab's schon vor dem Kinofilm, ähm, den, äh, äh, die haben dann halt gesagt, ja, da ist noch ein Sicherheitsfaktor von drei. Äh, was natürlich, äh, ein Wahnsinn ist, weil, äh, diese Gummidichtung sollte eigentlich überhaupt nicht beschädigt werden. Und wenn die dann zu einem Drittel durchbrennt, dann ist da ein Null-Sicherheitsfaktor und nicht ein Sicherheitsfaktor von drei. Ähm, ja, äh, ist bloß nicht so witzig, wie ich das jetzt gerade anhörte, von den Konsequenzen her gewesen. Ähm, also herzlichen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Ähm, dann hat uns Brotstille noch zwei, äh, nette, äh, Sachen geschickt. Einmal, und über Elon Musk werden wir noch häufiger heute reden, aber, äh, Elon Musk hat sich auf Twitter die Frage gestellt, wahrscheinlich, weil die mal wieder langweilig ist. Äh, äh, übrigens, äh, kurze Abschweifung. Kennst du den Twitter-Account BordElonMusk? Ja, kenn ich. Ja, also, äh, folgt an der BordElonMusk, das ist quasi das, was Elon Musk jetzt hier gemacht hat, hat sich die Frage gestellt, warum gibt es keine Flat, FlatMarsSociety? Also, es gibt ja die, äh, offizielle FlatEarthSociety, die, die ja, ähm, äh, Mitglieder, äh, über den ganzen Globus verteilt hat, wie sie selber mal gesagt hat. Äh, und, ähm. Okay, das hätte ich nicht mitbekommen. Äh, und, äh, sie haben dann, äh, ist ein offizieller Akon, also er hat aus einem blauen Häkchen, hat dann Elon geantwortet und meinten, ja, also, äh, ungleich der Erde wurde ja der Mars schon beobachtet, dass er rund ist. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, es kann natürlich sein, dass es irgendwie so ein Satireverein ist, so wie die Partei oder so, aber ich glaube, die meinen das schon ernst. Naja, ich meine, wenn man gleichzeitig nicht daran glaubt, dass man jemals, dass jemals Menschen zum, äh, zum Mond geflogen sind, dann können die natürlich auch gleichzeitig nicht daran glauben, dass die Bilder, die damals von der Erde gemacht wurden, echt sind. Ja, genau. Das ist ein sehr konsistentes Weltbild. Wieso hast du da ein Problem? Jaja, konsistente Weltbilder, ich weiß. Ähm, also das, äh, einfach mal zur allgemeinen Erheiterung. Und dann hat uns Brotstuhle noch... Brotstuhle hat mich darauf hingewiesen, äh, völlig zu Recht, dass ich, äh, öfter mal bei Themen einen Satz früher aufhören sollte, anstatt zu sagen, ich hab keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, ehrlich gesagt. Ja, aber, äh, er hat ja trotzdem recht, äh, bestimmt. Ähm, äh, ja, das, das fällt unter Marotte. Ich versuch das irgendwie, irgendwie abzustellen. Ähm, ich hab ja immer gesagt, ich weiß, dass ich Marotten habe, aber man wird sehr selten darauf hingewiesen. Ja. So, und dann wurde gefragt, äh, irgendwas mit dem DSN. Ne, der hat einfach nur... Sag mal, du hast dir das eher angeguckt. Der hat, der hat einfach nur, ähm, äh, uns auf diese Seite verwiesen, die du wahrscheinlich auch kennst, diese Deep Space Network Now Seite. Ach so, ja. Wo man sehen kann, was das, welche, die, was die gerade so alles empfangen. Das ist ganz nett, also, ich kannte das schon, aber das ist, wer das noch nicht kennt... Ich seh hier Juno, ich seh Soho. Genau, Soho, Juno, ACE, was ist das? Ich wollte es gerade vermeiden. Äh, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, okay. Ja. Ich hab keine Ahnung, äh... Ich glaub, ich glaub, ACE ist auch so eine Sonnenbeobachtungssonde. Ja, sieht sehr nach einer Sonnen... Aber ist, das ist, äh, das ist jetzt ein bisschen schlecht, dass hier nicht gesagt wird, welches es ist, ist, weil, äh, ich hab von ACE tatsächlich noch nie was gehört. Okay. Verdammt, das hört mich jetzt. Ja, werden wir dann irgendwie schon rausfinden. Genau, es gibt ja, es gibt ja... Advanced Composite Explorer, Solar and Space Exploration. Okay. Ähm, und... 97 gestartet, okay, das war vor meiner Zeit. Ähm, genau, das Deep Space Network hat ja drei Positionen, drei Standpunkte, es gibt ja einmal eins in Madrid, einmal in Goldstone in den USA und einmal in Canberra, äh, in Australien. In der Hauptstadt von Australien, die kein Schwein kennt. Genau. Und, äh, jeweils mit, äh, einer, einer großen Schüssel und drei bis vier kleinen. Also, ich glaub, Goldstone hat vier und, ähm, die anderen haben nochmal drei Nebenschüsseln sozusagen. Ähm, und, äh, das ist eine interessante Seite. Kann man sich durchaus mal anschauen. Ist natürlich besonders spannend, wenn dann so Missionen, so wichtige Missionen runtergefunkt werden. Also, es gibt dann immer so, ich glaub, bei New Horizons war das, wo dann die Leute irgendwie die Seite fast zum Abschluss gebracht haben, weil alle sehen wollten, wie, äh, die Daten von New Horizons ankommen. Ja, äh, ich muss sagen, ich find es jetzt sehr spannend, äh, dass dort gerade eine, äh, runtergeladen wird von einer Mission, die vor 20 Jahren gestartet wurde. Von was? Vor über 20 Jahren. Ace oder was? Ace, genau, ja. Ja, das ist halt, äh, wir reden halt miteinander. Ja, 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 aber, äh, vor allen Dingen, ich hab von der noch nie was gehört, äh, und die funktioniert halt, funktioniert halt ganz offensichtlich immer noch. Äh, Cosmic Ray Isotope Spectrometer, Solar Isotope Spectrometer, was haben wir hier noch? Ultra Low Energy Isotope Spectrometer, also für irgendwelches Zeug, das sehr langsam fliegt, ja, 45 Kilo Elektronenvolt pro Nukleon bis ein paar Mega Elektronenvolt, ist jetzt nicht übermäßig langsam, äh, also Ultra Low Energy Is jetzt, mh, aber ich weiß, was ihr meint. Ist okay, äh, dann Solarwinde, Elektron Proton Alpha Particle Monitor, okay, Magnetometer natürlich, ja, halt, nettes Ding. Dass alle möglichen Teilchen vom Sonnenwind und von sonst woher beobachten kann. Äh, ja, fein. Ja. Sehr fein, äh, kannte ich noch nicht. Ähm, und, äh, ich glaub, das war's von den Kommentaren. Genau. Dann kommen wir, kommen wir zu den Themen. Auch sehr nett, auch sehr nett wie immer, ne. Pau, 444 Watt und dann End of, at End of Life, also am Ende der Mission, äh, fünf Jahre. Inzwischen 20 Jahre, drei Monate, drei Jahre. Aber wir reden ja nachher noch über eine, oder können wir jetzt, passt ja gut, ähm, kommen wir zu einer Mission, die, äh, schon etwas länger unterwegs ist, Voyager 1, wann wurde die eigentlich gestartet, weißt du das grad auswendig? Boah, frage mich nicht, 77? Da hast du recht. Also vor, ähm, äh, 40 Jahren, oder? Lange ist der. Warte, 19, kopfrechnen, kopfrechnen, sechs. Ja, ja, klar, 40, 40 Jahre. 40 Jahre, genau. Vor 40 Jahren, ähm, startete Voyager 1, befindet sich mittlerweile, glaub, 144 astronomische Einheiten entfernt. Ja, sehr weit jedenfalls. Hat ja auch mittlerweile die Grenze zum interstellaren Raum überschritten, je nachdem, wie man rechnet, ähm, schon mehrfach, wenn man mehrfach rechnet. Und, ähm, hat auch seit 37 Jahren, äh, keine, keine Triebwerksfunktion mehr. Ne, das stimmt nicht. Ne, das stimmt nicht. Weil, äh, ich lass mich ausreden, lass mich ausreden, ähm, hat seit 37 Jahren, ich hab das recherchiert, ich möchte das jetzt sagen, hat seit 37 Jahren nicht mehr die Korrektur, ähm, die Kurskorrektur-Triebwerke gezündet. Genau, nur die Lage-Korrektur. Genau. Genau, nur die Lage-Korrektur-Triebwerke. Genau, die werden jetzt langsam so ein bisschen schwächlich. Und, ähm, damit man die Mission noch etwa um zwei bis drei Jahre verlängern kann, ähm, hat man jetzt nach 37 Jahren, ähm, ausprobiert, ob diese Korrektur-Triebwerke noch was leisten können und hat am 28. November, also ein bisschen her, ähm, die Triebwerke kurz getestet. Und, äh, ja, sie können was, ähm, hat halt, äh, 19 Stunden gedauert, bis sie es erfahren haben, ähm, was ja mittlerweile die, äh, Lichtentfernung, äh, zur Voyager-Sonde ist. Und, ähm. Ja, man nähert sich dem ersten Lichttag, ne? Ja. Genau. Und, äh, die, ähm, wollen jetzt im November, äh, schwachsinn, im Januar 2018, ähm, die Triebwerke produktiv einsetzen, also für die Lage-Korrektur einsetzen. Und, ähm, ein weiteres, äh, Hindernis, was sich da denen noch stellt, ist, dass sie auch die Heizelemente für die Triebwerke, ähm, in Betrieb nehmen müssen. Was auch, äh, was dann nochmal zusätzlich an der schon recht schwachen Energieversorgung der Sonde zehren wird. Ja, äh, äh, ich kann mich nicht mehr, ich, ich erinnere mich nicht mehr komplett, wie es war. Ähm, das Problem war einfach, dass die normalen Lage-Korrektur-Triebwerke, dass denen der Treibstoff langsam ausgeht. Ja, genau. Und, ähm, ja, und die, also sie planen auch, wenn halt keine Energie mehr für die Heizelemente da ist, dass sie dann wieder auf die normalen Lage-Korrektur-Sensoren, äh, Lage-Korrektur-Triebwerke zurückgreifen werden müssen. Ähm, also das ist jetzt nichts, das ist jetzt keine dauerhafte Lösung. Wie gesagt, das wird die Sonde nochmal hoffentlich um zwei bis drei Jahre verlängern, sodass sie dann, äh, so um 2025 rum endgültig, ähm, keine Energie mehr hat. Und, äh, und, äh, dann tot ist. Genau. Und das große Problem ist natürlich, äh, dass der, ja, dass ja halt wirklich der Strom ausgeht, weil die Radiosiotopen-Batterien, äh, ja, das, die, die verlieren langsam immer mehr an, äh, an Saft sozusagen, weil bestehen halt im Wesentlichen aus radioaktiven Elementen, die halt vor sich hin zerfallen, dabei Wärme generieren und aus der Wärme wird dann halt, äh, der Strom erzeugt. Das Problem ist nur, ähm, es zerfällt halt und was zerfallen ist, das ist weg und das kann dann kein, kann dann nichts mehr dazu beitragen, dass dann noch mehr Strom erzeugt wird. Und, äh, ja, mit der Zeit verliert das dann halt an Leistung. Und man kann's auch nicht schneller machen, man kann's nicht langsamer machen, äh, man ist dem wirklich ziemlich ausgeliefert. Und, ja, irgendwie Speicherbatterien, ich weiß gar nicht, wie viele Pufferbatterien und ob die, ob die sowas haben. Das habe ich jetzt nicht. Keine Ahnung, das, das fällt mir gerade auf, weil im Prinzip könnte man ja sagen, hey, wir benutzen das Ding einfach, um eine Batterie aufzuladen. Und, äh, wenn, äh, wenn jetzt langsam aber sicher die Leistung nachlässt, dann sagt man halt einfach, naja, gut, es braucht dann halt eine Weile länger, bis die wieder aufgeladen ist und bis die Sonde dann wieder empfangsbereit ist. Ja. Hm, ich, spontaner Gedanke. Eigentlich wollte ich zu was anderem, äh, nämlich zum nächsten Thema. Ja, ich bin noch nicht fertig, oder? Ach, du warst noch nicht fertig? Nee, doch, ich bin, ich bin, doch, du hast recht, ich bin fertig. Äh, es war, also es war alles, ähm, zu dem Thema Voyager 1 Sonde. War nun ein ganz kurzes Thema. Jetzt darfst du zum nächsten Thema übergehen. Ja, äh, weil Energieversorgung, ähm, äh. Mr. Scotty, Energie. Genau, äh, gibt ja verschiedene Wege, Energie herzustellen und wir haben uns ja auch schon öfters mal drüber unterhalten. Ähm, äh, wie gesagt, Radiosotope. Du meinst wohl Energie zu konvertieren, Energie wird ja nicht hergestellt. Ähm, ja, 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 in dem Fall, äh, die, ähm, na, die, die, die Kernbindungsenergie, also was im Wesentlichen die starke, ja, es ist die starke Kernkraft, äh, ist, die wird dann halt benutzt, um, um letzten Endes Energie freizusetzen. Durch, in dem Fall halt, äh, radioaktiven Zerfall. Aber man kann ja auch das Ganze mit Kernspaltung machen. So, hu, Schwein gehabt. Und was ist jetzt der Unterschied? Zwischen Radio... Der Unterschied, der Unterschied ist, äh, das eine kann man steuern, das andere nicht. Also Zerfall kann man nicht steuern und Kernspaltung kann man steuern. Ja, aber das, das Zeug zerfällt hat einfach, wie es halt gerade zerfällt. Ähm, okay, witzigerweise gibt's einen Zerfallsprozess, der sich Kernspaltung nennt. Schwierig. Also, äh, es ist schlimm. Ähm, nee, also, ähm, Radioaktivität, äh, entsteht, wenn so ein Atomkern nicht völlig stabil ist. Das, äh, ja. Und dann gibt's manchmal verschiedene Wege, auf denen so ein Kern zerfallen kann. Und, äh, es gibt ein paar da. Da ist sowohl möglich, dass dann ein Alpha-Zerfall passiert, als auch, dass einfach der, der ganze Kern, äh, sich spaltet. Und dann es zu spontaner Kernspaltung kommt. Ähm, okay, so spontan, äh, das, das wollte ich, darauf wollte ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht rein. Ähm. Jedenfalls, äh, wenn man jetzt, äh, Kernspaltung benutzt und einen Kernreaktor baut, dann ist man dem reinen Zerfallen nicht ausgeliefert. Ähm, weil der, der Zerfall passiert halt, wie gesagt, spontan und, äh, ohne Einfluss von außen, einfach so. Und, äh, die Kernspaltung kann man halt durch die Kettenreaktion steuern. Und insbesondere kann man damit, äh, die Leistung ungefähr konstant halten. Auch über lange Zeit, solange wie halt noch genügend Material zum Spalten da ist. Ähm, aber das alleine hat immer noch nicht ausgereicht, um sonderlich viel Enthusiasmus zu generieren, äh, sowas mal zu bauen. Äh, es gab die ganze... In was, Kernspaltungsreaktor? Genau, äh, zumindest für die, für die Raumfahrt. Ach so, also es gibt, es gibt ja schon Kernspaltungsreaktoren. Ja, ja, die gibt es, ähm, aber in der Raumfahrt, äh, ja. Was ist, was ist mit diesen, mit diesen, äh, sowjetischen Satelliten gewesen? Wollte ich gerade, wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, in der Raumfahrt ist es halt immer so gewesen, äh, in der Frühzeit hatte man das Problem, dass die Solarzellen nicht allzu effizient waren. Und, äh, so in 60er Jahren oder so, dann auch noch etwas später, also die Rohrsat, äh, flog auch später noch. Und wenn man dann größere Mengen Strom brauchte, dann brauchte man schon irgendwie eine andere Quelle als eine Solarzelle, damals noch. Und, äh, hat dann teilweise auch auf Kernreaktoren, äh, zurückgegriffen. Ähm, ich glaub, die, die Sowjetunion hat, ich glaub, zwölf oder dreizehn davon gestartet. Äh, bitte schlagt mich nicht, wenn es doch ein paar mehr waren. Ähm, in den USA genau ein. Äh, 1965. Äh, frage mich nicht, wie der hieß. Hast du den aufgeschrieben? Ich hab es, hab ich das aufgeschrieben, steht das in meinem Artikel? Ja, du hast, du hast hier Stichwort aufgeschrieben, aber nicht dazu, was es ist. Genau, ich habe einen furchtbar langen, ich hab einen furchtbar langen Artikel dazu geschrieben, äh, den ihr euch auf Golem anschauen könnt. Ich hab ihn jetzt bloß grad nicht griffbereit. Ähm, ja, jedenfalls der Snap 10A, äh, Kernreaktor war das. Ähm, der damals benutzt wurde. Das war ein, der wurde einmal benutzt und mehr nicht. Äh, lief auch nur, ich glaub, äh, 43 Tage, weil dann gab's einen elektrischen Defekt und dann muss das Ding abgeschaltet werden. Äh, war alles nicht sonderlich ideal, äh, aber das war das einzige und letzte Mal bisher, dass in den USA sowas, äh, gebaut und gestartet wurde. Und, äh, interessanterweise, äh, ist man jetzt soweit gekommen, also es hat dann jede Menge Projekte gegeben, äh, nochmal einen neuen Reaktor zu bauen, äh, beziehungsweise zu entwerfen für irgendwelche neuen Missionen und, äh, ja, in den ganzen Jahren danach, äh, ist sowas nie realisiert worden. Und jetzt, äh, kam plötzlich die Nachricht auf mich zu, äh, dass man praktisch soweit ist, so, dass man einen Reaktor gebaut hat und den jetzt testen möchte. Noch nicht, äh, noch nicht im Flug, aber zumindest erst mal am Boden. Und zwar nicht testen im Sinne von, äh, wir, wir tun mal so, als wäre, als wäre da ein laufender Reaktor oder so, was man bisher immer gemacht hat, sondern, ähm, tatsächlich richtig im, im nuklearen Betrieb zu testen. Äh, und das hat mich dann doch etwas überrascht, äh, denn wir wissen es alle, mit den Kernreaktoren und den, äh, Genehmigungen und so weiter, ist das immer so eine Sache. Das braucht immer sehr, sehr lang. Und, äh, jetzt fand ich das doch ziemlich überraschend, äh, dass das so schnell dann kam. Ähm, also man, wie gesagt, man hat ja eine ganze Reihe von, von Projekten schon davor gehabt, äh, der letzte, den ich tatsächlich auch noch im Kopf, den ich irgendwie mitbekommen hatte und im Kopf hatte, war die Safe and Affordable Fishing Engine, äh, von der es tolle Bilder gibt, äh, wo man das getestet hat, aber getestet hatte man das, äh, indem man es einfach elektrisch behetzt hat. Und dann einfach mal geguckt, ob der, ob der ganze Rest vom System funktioniert. War zufällig die Abkürzung von dem Ding Safe? Safe. Ja, ist safe, also Safe and Affordable Fishing Engine, kurz safe. Ein Akronym, das sich selber beinhaltet. Ja, genauso wie GNU. GNU is not Unix. Oder wie bei Benyot B-Mandelbrot, wo das B für Benyot B-Mandelbrot steht. Ja, und so weiter. Äh, es gab noch mehr, also es gab, es gab den Space Reactor Prototype SP-100, äh, es gab irgendwann mal den Topaz 2, das war eine Kooperation zwischen der Sowjetunion und den USA. Ja, also, äh, es gab eine ganze Menge von, von irgendwelchen, äh, Projekten, äh, die sehr viel Papier generiert haben. Manchmal auch ein bisschen Hardware, aber keine Hardware, die irgendwie so weit gekommen ist, dass man gesagt hat, äh, wir, wir starten jetzt mal eine Kernreaktion und testen das Ding. Und, äh, tatsächlich hat man das hier umgekehrt gemacht. Also, äh, das Projekt wurde irgendwann mal so um 2010 rum gestartet, äh, in Anbetracht dessen, dass man festgestellt hat, oh Mist, uns geht das Plutonium aus. Das Plutonium 238 genau genommen, äh, das man braucht, um diese Radioisotopenbatterien zu bauen, äh, weil, äh, Plutonium 238 ist einfach super dafür geeignet. Äh, hat genauso die, naja, also mit 88 Jahren Halbwertszeit ist das, äh, ein vernünftiger Zeitrahmen, äh, und hat eine sehr hohe Energiedichte, äh, ja, also hat, und, äh, es strahlt vor allen Dingen nicht mit Gammastrahlung oder so, äh, sondern, äh, reiner Alphastrahler, sehr sauber, was das angeht. Ähm, wird von daher sehr gern dafür benutzt. Aber, äh, ja, muss halt hergestellt werden. Die Herstellung ist relativ aufwendig, äh, was man macht, ist, man nimmt praktisch einen abgebrannten Brennstab von einem Kernreaktor, äh, trennt, äh, die Bestandteile davon auf und, äh, ein Teil davon wird Neptunium 237 sein. Äh, je nachdem, gibt verschiedene Wege, wie sowas, äh, entstehen kann. Dann entweder, ich glaub, aus Ameritium 241 nach einem Alpha-Zerfall entsteht dann das Neptunium. Oder umgekehrt, äh, kann man von Uran 235, wenn das zweimal Neutronen eingefangen hat, da entsteht das auch. So, und wenn man jetzt dieses, äh, Neptunium nimmt und, äh, halt praktisch chemisch abtrennt, dann kann man das, äh, nochmal in den Kernreaktor reinbringen. Dann fängt es dort wieder die, äh, Neutronen ein. Und dann entsteht Plutonium 238. Also genau genommen erst mal Pluton, dieses, äh, Neptunium 200, äh, also wir packen Neptunium 237 rein, fängt ein Neutronen ein, dann wird es Neptunium 238. Das ist nicht völlig stabil, äh, ist ein Beta-Strahler. Und Beta-Strahler haben so, äh, die Eigenschaft, äh, dass ein Neutron zu einem Proton wird und dann wird Plutonium 238 draus. Ähm, und dann muss, äh, das Ganze, wenn die Dinge nochmal aus dem Reaktor rausgenommen werden, äh, dann muss es nochmal chemisch getrennt werden. Äh, so heißen jede Menge Schritte, die Kernreaktoren, die teilweise relativ heftige Strahlung involvieren, äh, das ist alles, äh, nicht sehr ohne, also ist alles sehr, sehr aufwendig. Und, äh, deswegen hat man es in den USA lange nicht mehr so richtig gemacht. Äh, man ist jetzt, glaube ich, dabei, dass man irgendwie 400 Gramm pro Jahr wieder produziert oder so. Äh, äh, eine typische Mission braucht eher sowas wie 4 Kilogramm und das nennt man dann schon sehr sparsam. Also, so heißen, so richtig viel kommt nicht dazu. Äh, und, ja. Ist es denn zu schwer Plutonium? Naja, wenn du Plutonium 238 haben willst, und zwar nur das, dann wird es schwierig. Okay. Plutonium an sich ist nicht das Problem. Ich meine, die haben, können die nicht so ein paar Kernwaffen dafür abbauen oder so? Nee, äh, weil da hast du ein anderes Isotop drin. Ach so, na, durch doof. Also, Plutonium 238 ist noch nicht mehr so richtig gut spaltbar. Äh, das Spaltbare ist Plutonium 239. Und das entsteht aus Uran 238. Also, ne, wenn, wenn Uran 238, was so das, das 0815-Uran sozusagen ist, ähm, wenn das ein Neutron einfängt, dann wird Plutonium 239 draus. Was genau das ist, was man für Atombomben braucht, für Atomreaktoren, was man, äh, wo mehr als 50 Prozent der Kernspaltung in normalen Kernreaktoren rauskommt, äh, ja, das ist halt so dieses Plutonium halt. Ähm, und gibt dann diverse andere Isotope, Plutonium 240 zum Beispiel, äh, ist einer der Gründe dafür, warum, äh, das, also reichert sich so im Betrieb von so einem Reaktor dann mit der Zeit an und, äh, verhindert, dass normales Plutonium, dass man das so aus dem Reaktor rausfällt, mal eben, äh, waffentauglich ist, äh, weil das zum Beispiel eins von diesen Dingern ist, wovon ich vorhin gesprochen habe, die spontan manchmal zerfallen und, äh, sich spalten und dabei Neutronen raushauen und, äh, das ist schlecht für den Betrieb von der, von der Atombombe, die zündet dann zu früh. Das will man nicht. Äh, ja, halt alles sowas. Äh, jetzt komme ich hier vom Hölzchen. Ja, aufs Stöckchen. Ähm. Vom Neutrino auf das Atom, könnte man auch sagen. Ja, so ungefähr, ne. Ähm, naja, äh, okay, wie komme ich jetzt von, von Atombomben wieder zurück? Äh, ich merke schon, äh, es gab in den 50er, 40er und 50er Jahren jede Menge experimentelle Aufbauten, äh, mit denen die Kerne von irgendwelchen Atombomben getestet wurden. Und, äh, die, ja, sind im Prinzip, sind das kleine Kernreaktoren. Und, äh, da kann man halt so unter kontrollierten Bedingungen eine Kettenreaktion herbeiführen und da Messungen durchführen, äh, ob das alles so funktioniert, wie das ist. Irgendwann kam man auf die Idee, hey, wir haben hier einen Kernreaktor, wir können dort Messungen durchführen, damit können wir ganz bestimmt auch irgendwelche Experimente durchführen, so Materialtests oder so. Und hat daraus dann Experimentalreaktoren gemacht. Und 1958 hat man daraus einen Kernreaktor gebaut, namens Flat Top, äh, der aber letzten Endes in der Mitte trotzdem einfach so den Kern einer Atombombe hatte. Also so eine, so eine Kugel aus, äh, wahlweise hoch angereichertem Uran oder, äh, Plutonium. Ähm, es gab auch am, ganz am Anfang hatte man noch eine Kugel mit Uran-233, was man aus, äh, Thorium erzeugen kann. Aber, äh, dieses Uran-233 kann man wieder nicht, äh, rein erzeugen. Da kommt immer ein bisschen Uran-232, äh, mit dazu. Und, äh, das zerfällt irgendwann in sehr stark strahlende Gammastrahler und das kann man dann nicht mehr, das kann man dann nicht mehr anfassen nach einer Zeit. Also, äh, nach einer Zeit will man damit einfach nichts mehr zu tun haben und das wollte man dann auch nicht mehr und, äh, hat das dann aus dem Experiment sozusagen entfernt und, äh, nicht mehr benutzt. Äh, was übrigens eines, einer der Gründe ist, warum Thorium, äh, keine so schlechte Idee ist zum Betrieb eines Kernreaktors, äh, weil, äh, ja, äh, es ist zum Bombenbasteln ein bisschen unangenehm. Ähm, ja, jedenfalls, äh, aus diesem, dieses Experiment stand jetzt seit, äh, 1958 irgendwo rum, wurde auch benutzt bis 2005, dann wurden da irgendwie Gelder gestrichen und dann, äh, stand es halt mehr oder weniger verwaist einfach rum. Und, äh, 2010 hat man beschlossen, hey, wir könnten uns doch mal überlegen. Wir haben so viele Reaktorprojekte schon gehabt und wir brauchen öfter mal eine Energiequelle so weit weg von der Sonne, äh, und die, die, äh, Radioisotopenbatterien, ähm, die wir bis jetzt benutzt haben, ja, die kriegen wir halt nicht mehr unbedingt, weil uns das Plutonium ausgeht. Warum bauen wir nicht einfach wieder einen Kernreaktor? Weil hoch angereichertes Uran oder sowas, das lässt sich ziemlich leicht auftreiben. Das ist, äh, bei Weitem nicht so schwierig herzustellen wie Plutonium-238. Ja, und, äh, da hat man dann angefangen, hey, wir könnten ja mal, äh, diesen Entwicklungsprozess umkehren. Weil bisher hat man es immer so gemacht, man hat, äh, groß angelegte Studien gemacht, äh, okay, so und so muss das funktionieren. Ähm, und dann irgendwann hat man angefangen, Prototypen zu bauen und man ist praktisch nie so weit gekommen, dass man, äh, einen Kernreaktor in das ganze Ding, äh, integriert hat. Und, naja, jetzt stand halt so ein Kernreaktor, der eigentlich bloß für Messungen gedacht war, äh, irgendwo rum, ungenutzt. Und dann haben die gesagt, okay, wir nehmen einfach dieses Ding. Ist natürlich ein sehr, sehr kleines, äh, ist ein sehr kleiner Reaktor dadurch. Äh, in der Mitte ist, äh, ja, ist halt wie gesagt nur so eine kleine Kugel mit ein paar Kilo Uran oder Plutonium. Und, äh, hat eine, hat am Ende so eine Leistung von vier Kilowatt. Also, äh, ja, ein Wasserkocher, ein besserer Wasserkocher, ein sehr, sehr, also nennen wir es zwei Wasserkocher, das haut dann hin. Ähm, ja. Und hat damit dann einfach ein Experiment durchgeführt. Und hat damit einen kleinen Stirling-Motor angetrieben. Und das waren nicht mal völlig, äh, das waren wichtige Experimente gewesen, weil das hat man bis dahin noch nie gemacht. Äh, äh, weil, äh, man, man treibt so ein Ding ja, man will so ein Ding ja in der Schwerelosigkeit betreiben. Und wenn du möglichst einfach einen Reaktor bauen willst auf der Erde, dann machst du das so, dass du einfach irgendwie ein Kühlmittel da reinpackst und sowas wie Wasser, äh, heizt das auf. Und dann sinkt die Dichte, weil es wird aufgeheizt und wenn die Dichte sinkt, dann steigt das von alleine hoch. Es kommt von alleine irgendwas Kälteres, das eine höhere Dichte ist, von unten nach, wird dann aufgeheizt und dann hast du Konvektion und du kannst damit deinen Reaktor kühlen. Und das geht in der Schwerelosigkeit halt nicht, weil, äh, da ist es völlig egal, was für eine Dichte diese, deine, deine Flüssigkeit hat. Die bewegt sich deswegen auch bloß nicht, weil, äh, die Dichte, der, der Auftrieb durch die Dichte ist halt immer nur eine Frage von Gravitation und die hast du halt nicht. Also muss man sich was anderes ausdenken lassen, ausdenken und man hat Heatpipes benutzt. Ähm, früher bei dem Snap 10, äh, hat man eine Pumpe mit integriert gehabt. Man hat das ganze Ding mit flüssigem Natrium betrieben und, äh, ja, man hat halt ein flüssiges Metall und dann kann man mit elektrischer Induktion da eine Pumpe bauen, die keinerlei bewegliche Teile hat. Also das Einzige, was sich an dieser Pumpe bewegt, ist dann tatsächlich die Flüssigkeit, die man pumpt, äh, was durchaus, äh, sehr elegant ist. Ähm, aber halt, ja, das braucht dann halt immer noch eine extra Elektronik und wenn man dann ein Elektronikproblem hat, wie damals in dieser einen, äh, in diesem einen, äh, Satelliten, äh, dann, äh, funktioniert das Ding halt nicht mehr. So eine Heatpipe, äh, die braucht einfach überhaupt keinen Strom, die funktioniert von alleine. Und, äh, ja, hat man aber noch nie benutzt gehabt. Man hat auch noch nie einen Reaktor mit einem Stirling-Motor benutzt. Ähm, Stirling-Motor ist halt ... Atom, Stirling-Motoren, das klingt sowas wie aus so einer Steampunk-Geschichte. Ja, so ungefähr, ne? Äh, hat, hat ja auch einen Kolben, ne? Also ist so, so ein bisschen, fast schon wie eine Dampflok im Weltall, ne? Plus ohne Dampf. Eine Atom, eine Atomdampfmaschine im Weltall. Ja, so ungefähr, plus halt ohne Dampf. Ähm, obwohl, naja, der, der Dampf ist halt nicht Wasserdampf, es ist Natriumdampf. Also ich würde behaupten, äh, Atomdampfmaschine ist folgend Titel. Jo, äh, ja, also, hat halt noch nie jemand gemacht. Äh, normalerweise werden Kernreaktoren mit irgendwas, äh, mit irgendeinem Generator betrieben, der kontinuierlich Wärme entzieht. Und das Ding hat halt einen Kolben, der sich hin und her bewegt und mit jeder Bewegung mal ein bisschen Wärme entzieht. Und dann ist so ein Reaktor nicht unbedingt stabil. Äh, beziehungsweise, er ist schon stabil, äh, in der Theorie. In der Praxis auch, aber das weiß man halt, äh, das kann man jetzt erst ganz sicher sagen, seit man das halt mal gemacht hat. Und das hat man 2012 mal gemacht. Ähm, damals, äh, hat dieses kleine Ding übrigens 700 Watt Leistung gehabt. Also 700 Watt Heizleistung und hat irgendwie 35 Watt Strom erzeugt. Also, äh, sehr, sehr wenig für den Laptop hätte es gereicht, wenn er sparsam ist. Ähm, ja. Verdammt, es ist ein sehr langes Thema und ich hab wieder zu viele kleine Details überall drin. Ähm. Ja, äh, übrigens, der Name von dem Ding, äh, nennt sich DAF. Demonstration using Flat Top Fishing. Aber, äh, natürlich, äh, geht's um das Bier von Homer Simpson. Also, äh, was sonst. Mhm. So, äh, ja, wie gesagt, was man benutzt hat, ist eine Heatpipe, äh, bei dem Experiment war sie mit Wasser gefüllt. Ähm, obwohl man so irgendwie mit 250 Grad, äh, 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 operiert hat. So ein Heatpipe funktioniert ja so, dass man, äh, auf der einen Seite die, deine Hitzequelle hat. Und, äh, äh, da verdampft man sozusagen in dem Fall das Wasser, hat dann die ganze Heatpipe voll mit Wasserdampf. Und auf der kalten Seite, äh, da wird das Wasser dann wieder flüssig. Äh, äh, kalt ist natürlich in dem Fall relativ, äh, die kalte Seite sind immer noch 250 Grad. Und, äh, man fragt sich jetzt vielleicht so ein bisschen, okay, äh, flüssiges Wasser, 250 Grad, äh, wie geht das? Naja, das geht, indem man 40 Bar Druck im Inneren hat. Und, äh, dann wird das da auch flüssig. Dann bleibt das da auch flüssig. Äh, zuvor hat man das Zeug alles getestet, äh, auch mit höheren Temperaturen und sehr viel höheren Drucken. Drücken, also nicht nur mit 40 Bar, sondern, äh, mit 4000 PSI, also 285 Bar. Äh, um sich einfach sicher zu sein, dass einem das Ding nicht um die Ohren fliegt. Weil die Heatpipes, die man da benutzt hat, die waren nicht unbedingt dafür gedacht. Ähm, stellt sich noch eine Frage. Äh, auf der kalten Seite wird das jetzt flüssig, äh, ist ja schön, aber wie kommt dieses flüssige Wasser jetzt wieder zurück? Ähm, auf der Erde ist es ganz leicht, äh, du stellst das Ding einfach senkrecht hin und machst die kalte Seite oben hin und dann läuft das von alleine zurück. Aber, äh, diesen Luxus der Schwerkraft, den hat man im Weltall ja nicht unbedingt, äh, und, äh, da hat man einfach in der Mitte so eine Art Docht, äh, also, äh, ja, kleine Kapillaren letzten Endes, die das Wasser, das flüssige Wasser dann durch die Kapillarkräfte wieder zurück zur heißen Seite bringen. Und funktioniert. Ähm, funktioniert nicht nur mit Wasser, es funktioniert tatsächlich auch mit, äh, flüssigem Natrium, äh, das hat, das sind so die Dinge gewesen, die man früher bei den Experimenten schon getestet hatte, äh, bei den anderen, äh, Reaktoren, die nie als Reaktoren gebaut wurden. Und, äh, äh, da kann man natürlich viel höhere Temperaturen erreichen, weil, äh, Natrium, äh, verdampft dann halt erst bei, ich weiß nicht, 800 Grad oder noch ein paar mehr, ich hab's grad nicht ganz im Kopf, aber irgendwas in der Größenordnung. Ich glaub, unterhalb von 1000 Grad. Mhm. Und, äh, kannst halt damit machen. Dann hast du auch nicht mehr ganz so viel Druck drin, weil, ja, du kannst halt bei minimalem Druck letzten Endes, äh, laufen lassen. Ja, äh, das Experiment ist damals geglückt, äh, mit DAF und dann hat man irgendwann angefangen, einen echten Reaktor, äh, einen richtigen Reaktor zu bauen, der dann auch, äh, für den, den eigentlichen Einsatz gedacht ist. Äh, so zylindrisches Ding, äh, so 30 Zentimeter lang, 11 Zentimeter im Durchmesser, äh, komplett aus hoch angereichertem Uran, äh, also Uran-Molybden-Legierung, was, äh, für einen Reaktor, äh, durchaus hilfreich ist, ähm, weil, wenn du jetzt ein normales Uran nimmst und du hast eine Kernspaltungsreaktion da drin, dann, äh, quillt das mit der Zeit etwas auf, also verändert die Form und das will so einem Reaktor eigentlich überhaupt nicht. Äh, deswegen benutzt man dann halt solche Legierungen, äh, gleichzeitig muss man gucken, was für eine Legierung man nimmt, weil es hat dann alles unterschiedliche Eigenschaften. Aluminium hat man sehr gern genommen, gerade so in Forschungsreaktoren, weil, äh, Aluminium, äh, nimmt nicht sehr viele Neutronen weg, hat dafür aber den Nachteil, dass die Dichte nicht mehr allzu gut ist, äh, dann wird das Ding ziemlich groß und, äh, es wird nicht nur ziemlich groß, du hast dann auch das Problem, dass du noch mehr Uran brauchst, weil das ganze Ding ist nicht mehr so kompakt und dann hast du nicht mehr so schnell die, äh, deine, deine kritische Masse und alles so Kram. Und dann hat man halt mit Molybdenen das Ganze versucht, weil dann hat man eine höhere Dichte und, äh, es ist irgendwie bei Molybdenen gelandet. Äh, erst bei Forschungsreaktoren dann da. Ja, so, kleines Ding, ziemlich kompakt, äh, und so gebaut, dass es erstmal überhaupt keine Kernreaktion, äh, äh, machen kann. Äh, nicht nur deswegen, weil man in der Mitte ein Loch hat, wo man so einen, äh, so einen Steuerstab reinsteckt, äh, der Neutronen absorbiert. Also, du kannst ja noch rausziehen und da passiert immer noch nichts. Äh, du musst den nicht nur rausziehen, du musst ringsherum um diesen ganzen Reaktorkern auch noch einen Reflektor, äh, packen, der dann irgendwelche Neutronen, die eigentlich nach außen verloren gehen würden, wieder zurück in den Reaktorkern bringt. Und, äh, das ist der, der, das ist sozusagen das Sicherheitskonzept von dem ganzen Reaktor auch beim Start, nämlich, äh, man bringt den, den Reaktorkern erst nach dem Start, erst wenn das Ganze alles losgehen soll, äh, führt man den in diesen Reflektor ein und, äh, erst dann ist es überhaupt möglich, dass das überhaupt zu einer, zu einer Kernreaktion kommen kann. Und dann kann halt auch beim Start erstmal überhaupt nichts schief gehen in der Richtung, äh, es sei denn, man hat schlecht gerechnet und, äh, oder, ja, sich keine Gedanken gemacht und das Ding fällt einfach ins Wasser, weil Wasser ist an sich auch ein ganz guter Neutronenreflektor, aber man hat das schon, äh, entsprechend ausprobiert und berechnet, äh, so das Wasser halt nicht ganz ausreicht. Also, der, der Reflektor, den man dort benutzt hat, ist Beryllium und Beryllium ist, äh, so ungefähr das Beste, wo es gibt und, äh, wenn man, wenn man letzten Endes so das Beste, wo es gibt nimmt, äh, dann ist es halt scheißegal, wenn es irgendwo reinfällt, egal, ob es Wasser ist, ob es nasser Sand ist oder sowas, was eigentlich sehr gute Neutronenreflektoren sind, äh, es reicht halt nicht. Ist er nicht, äh, Barium, so ein guter Neutronenabsorber? Äh, Barium, Barium, Barium. Das wird auf jeden Fall zur Kontrolle von Atom, also von, nicht im Weltraum, von den Atomkraftwerks. Äh, das ist Bor, 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 genau, nicht Barium, Bor, ja, genau. Genau, ja, Bor-Carbid, das ist der Steuerstab, der besteht auch daraus, ja. Genau, und das, ja, genau, aber das ist in dem Fall nicht, nicht, äh, gut. Silber wird gerne mal benutzt, also, so Silber, Indium, irgendwas, äh, ist eine relativ beliebte Kombination. Äh, Cadmium wird gerne benutzt, äh, Gadolinium wird gerne benutzt, sind noch ein paar andere sicherlich. Also, es gibt eine, kannst halt durchs ganze, durchs ganze Neutron, äh, durchs ganze Periodensystem gehen und, äh, jedes Element danach abklopfen, wie gut es, äh, wie gut es irgendwelche, äh, Neutronen absorbiert, ne. Also, ja, ne. Einfach mal davor halten und schauen, was passiert, oder wie. Ja, genau, so hat man das ja auch damals gemacht. Ähm, und so ein, so ein Kernreaktor hat, hat damit einen echten Vorteil, weil ein Reaktor, der noch nicht gelaufen ist, oder der nicht viel gelaufen ist, der ist nicht übermäßig radioaktiv. Äh, der wird halt erst dadurch radioaktiv, dass da irgendwie Zeugs drin gespalten wird. Und dann hat man die Spaltprodukte und die sind radioaktiv. Ähm, aber die müssen halt erst mal drinnen sein und was nicht drin ist, kann nicht raus. Und, äh, dann hat man so dieses Phänomen, dass alle Leute Angst haben vor Kernreaktoren. Äh, dabei sind die halt beim Start, äh, ziemlich, äh, ziemlich harmlos. Äh, ganz im Gegensatz zu so einer, äh, zu so einer Radio, Radioisotopenbatterie, äh, die man wirklich ernsthaft schützen muss. Ähm, es gab mal einen Fokus, Vorfall, äh, 1964, äh, da gab es einen Navigationssatelliten namens Transit 5Bn3. Äh, sowas ähnlich wie ein GPS-Satellit, bloß, äh, etwas primitiver. Äh, man merkt schon, also, äh, 1964, äh, also das war so, gehörte zu den ersten Dingen, die man gemacht hat, weil Navigation ist extrem wichtig. Und, ähm, ja, geht halt immer so um Frage von, um so Fragen von, äh, äh, es gab damals das Konzept von Funkfeuern, äh, zur Navigation von Flugzeugen, so in der Nacht. Und man hat das praktisch dann auf, äh, auf Satelliten übertragen. Ähm, nur, ähm, ja, 60er Jahre, man hatte damals noch nicht unbedingt, äh, die Sache mit den, äh, mit den Solarpanelen rausgehabt. Mhm. Und deswegen hat man eine Radioisotopenbatterie in diese Navigationssatelliten eingebaut. Und, äh, die meisten davon funktionieren problemlos in irgendwelchen Orbits da oben. Ähm, nur bei einem Start, äh, nämlich jenem Bewussten, äh, gab's dann halt ein Problem, das Ding ist abgestürzt und verglüht. Und, äh, das konnte man dann halt komplett auf der ganzen Welt nachweisen. Weil das wirklich in sehr kleinen Teile, äh, in sehr kleinen Teile verglüht ist. Und, äh, ja, kann man dann, konnte man halt nach, konnte man nachmessen. Äh, einfach indem man, äh, ja, mit sehr, also sehr, sehr präzisen Geräten und, äh, viel Zeit nachgemessen hat. Äh, kann man dann nachweisen, okay, es, es ist ein erhöhter Anteil an Plutonium-238 in, äh, bestimmten Bodenschichten halt. Äh, äh, entspricht übrigens so ungefähr ein Zehntausendstel von dem, was an Radioaktivität durch Uran in dem gleichen Boden drin ist. Also es ist nicht, es ist jetzt nicht, wir wurden dadurch jetzt nicht unendlich verstrahlt oder so. Aber, äh, es ist passiert und man hat sich so gesagt, ähm, okay, das ist jetzt einmal passiert, äh, es ist nicht so tragisch. Aber wir sollten das vielleicht nicht allzu häufig machen und hat sich dann, äh, hingesetzt und angefangen, äh, die Dinger besser zu schützen. Und zwar so gut zu schützen, dass die auch, äh, den Wiedereintritt, äh, praktisch in einem Stück über, überstehen und, äh, ja, äh, zumindest nicht in der Atmosphäre dann schon, äh, zu bröseln und so staub werden. Äh, 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 und ja, je nachdem, äh, also zum Beispiel bei Apollo 13 war so ein Radioisiotopenbatterie, äh, mit dabei und die ist dann halt in Pazifik gestürzt, äh, intakt. Also man hat dann auch, äh, man hat dann auch Messflugzeuge losgeschickt, um zu gucken, äh, ist da was in der Atmosphäre, äh, hatte man nichts gefunden. Zum Problem kann das natürlich werden, wenn das irgendwie, äh, auf was Hartes drauf, äh, drauf fällt, weil dann kann's kaputt gehen. Genau, Stein. Äh, Holz. Holz ist etwas weicher. Wasser bei, bei ausreichend hoher Geschwindigkeit. Ähm, ja, sicher, äh, aber ich denke, das bleibt dann, müsste eigentlich ungefähr am Stück bleiben. Ähm, der Punkt ist, äh, das Plutonium ist dort als Plutoniumoxid drin und das ist praktisch eine Keramik und, äh, ist dann halt kaputt. Na, also ist, ja, ist halt eine Frage. Äh, so heißt, im Prinzip hier kann man das alles irgendwie wieder aufsammeln. Ähm, ist eine Frage, wie sehr wird das alles zerteilt? Ist, äh, wie schwierig wird das Ganze, das alles aufzusammeln? Ähm, dadurch, dass man heutzutage sowas für, für interstellare, äh, interstellare, sag ich, interplanetare Missionen benutzt, äh, ist das alles nicht mehr so das ganz große Problem. Man startet halt die Rakete sowieso in Richtung Meer. So heißt das Ding landet, äh, bei einem Fehlstart, äh, höchstwahrscheinlich im Meer. Ja, und, äh, das Risiko wird dann, ist dadurch halt doch sehr gesenkt, zumal man, äh, dafür natürlich auch, äh, Raketen benutzt, die, äh, relativ zuverlässig sind, wo man, wo es dann auch spezielle Sicherheits-, also, wo man halt einfach bloß besser als üblich drauf achtet, dass das Ding nicht kaputt geht, ne? Äh, äh, ja, ist natürlich trotzdem, also das Risiko ist natürlich trotzdem da, und deswegen wäre ein Kernreaktor eigentlich sogar die bessere Option in der Richtung. Äh, so ein Kernreaktor hat so ein hunderttausendstel der Radioaktivität, äh, pro Kilogramm. Äh, äh, ich hab mal so ausgerechnet, also, äh, die, die Mars Rover Opportunity und Spirit, äh, die haben so mehrere kleine Heizelemente mit 2,3 Gramm Plutonium 238, einfach bloß, um die Batterien warm zu halten. Und, äh, die haben mehr Radioaktivität als der ganze Reaktor beim Start mit, äh, 75 Kilogramm Uran an Bord. Also, äh, das ist schon, äh, es ist schon, äh, viele Größenordnungen, sag ich auch mal, ne? Ja, und, ähm, dieses, und, und wann kommt jetzt der erste Atomreaktor-Satellit? Äh, sobald es dafür eine Mission gibt. Äh, und vor allen Dingen, sobald es, vor allen Dingen, äh, sobald es Plutonium gibt. Nee, nee, sobald der, sobald der endgültige, sobald der endgültige, ähm, Reaktor überhaupt mal entworfen und gebaut ist, weil das ist jetzt erstmal noch der Prototyp. Heißt übrigens Krusty. Krusty der Clown. Erst darf, dann Krusty. Man kann, man darf gespannt sehen, wie der, wie der Reaktor am Ende heißt. Homer oder so. Hey, Homer wäre eine gute Idee, ne? Musst du nicht bloß dann überlegen, wie er dann wirklich heißt. Irgendwas, also das R ist schon mal mit Reaktor schon mal ganz praktisch, ne? Ähm. Oder es ist Bart. Hi, Orbit, ähm, Mission. Ja, irgend sowas. Option-Reaktor. Was weiß ich. Ähm, ja, äh, ja, also wird dann, muss dann halt alles noch entworfen werden und dann ganz konkret gebaut werden. Aber man merkt so langsam, äh, es ist, es ist dafür, dass es ein Kernreaktor ist, äh, im Prinzip schon sehr wenig Aufwand betrieben wurden. Ähm, es geht relativ schnell, ähm, es ist durchaus so abzusehen, dass daraus tatsächlich mal was wird, im Gegensatz zu dem, was man davor hatte. Äh, aber es braucht halt trotzdem eine Ewigkeit. Äh, also seit 2010 bergelt man an dem Ding, hat damals gesagt, ja, im Prinzip könnte das, äh, 2020 für eine Mission bereit sein. Äh, man kann sich darauf verlassen, dass das 2020 noch nicht bereit sein wird. Äh, also über zehn Jahre für einen Reaktor mit einer, mit einer Leistung von vier Kilowatt. Äh, es ist schon eine Ansage, du, ne? Also, äh, klar, dahinter steht dann natürlich auch, dass, äh, der ganze Einsatz, dass das alles zigmal, äh, zigmal irgendwie simuliert wurde, überprüft wurde, äh, und sonst was. Ähm, aber es ist doch, äh, ja, ja, es ist nicht mehr sehr effizient, wie das alles funktioniert. Zumal natürlich auch noch dazu kommt, äh, im Prinzip hatte man da echt Glück gehabt, ne? Man hat einen Reaktor gefunden, den, den es schon gab, mit dem man das alles schon mal ausprobieren konnte, brauchte dafür nicht nochmal eine extra Genehmigung, also man braucht bloß für das Experiment die, die Genehmigung, nicht für den Reaktor. Äh, und, äh, dann hat man einfach gesagt, ja, wenn wir jetzt den Reaktor von dort einfach rausnehmen und in dem gleichen Ding einen neuen Reaktor bauen, der genauso viel Leistung hatte wie der davor, nämlich vier Kilowatt, äh, dann brauchen wir zumindest schon mal keine zusätzliche Genehmigung für einen Standort für einen Kernreaktor mit vier Kilowatt Leistung. Und, äh, hat damit, äh, irgendwie schon mal sehr viel Bürokratie gespart. Also, man hat es schon wirklich, äh, bürokratisch so minimal wie möglich gehalten und trotzdem braucht das eine halbe Ewigkeit. Äh, ich meine, ich will nicht sagen, man sollte zurückgehen, wie man es damals in den 40er Jahren gemacht hat, aber, äh, irgendwie, irgendwas dazwischen wäre manchmal langsam ganz angebracht. Einfach ein bisschen, also, paranoid ist, Paranoia ist durchaus angebracht, gerade im, im, im Umgang mit irgendwelchen Kettenreaktionen von, mit Kernreaktoren. Ähm, aber da ist doch einiges auch überflüssig geworden. Also, äh, ich erinnere mich so ein bisschen daran, äh, vom allerersten Kernreaktor überhaupt mit 100 Watt Leistung bis zum ersten Kernreaktor, mit dem dann das Plutonium für die Atombomben gebrütet wurde. Äh, mit, äh, mit, äh, 250 Megawatt Leistung hat es ein Jahr und zehn Monate gebraucht. Also. Naja, ist das gleiche wie von, äh, dem ersten, äh, wie heißt es, äh, äh, Mercury-Flug bis zur Mondlandung und jetzt, wie lange sie schon an der SLS rumschrauben? Ja, ja. Einfach Technik, Technikschwund in der USA, Technik-Know-how-Schwund. Ich meine, das kann man so auch noch nicht sagen, weil bei uns ist es ja nicht besser. Man kann es ja nicht auf die USA jetzt beschränken, ne? Ja. Also, äh, 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 irgendwie, irgendwie, wie, wie, man bemerkt eine gewisse Sklerose, äh, in, in diversen, äh, Institutionen. Also, wie gesagt, ich bin absolut nicht dafür, dass man, äh, wieder diese Gang-Home-Mentalität, äh, der damaligen Zeit einführt, äh, weil zwischen dem ersten Reaktor und diesem 250 Megawatt-Ding, äh, da lag, da lagen ja noch diverse andere, äh, Reaktoren. Bei denen dann hinterher auch die Leute gesagt haben, Junge, 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 also, dass da nichts schiefgegangen ist, das ist schon ein kleineres Wunder. Naja, ist auch häufig genug was schiefgegangen. Ja, aber halt nichts, nichts sonderlich Größeres, also, äh, es ist doch, äh, also, die, die Aufbauten, die man da hatte, die, die hingen doch manchmal schon sehr daran, dass derjenige, der daran experimentiert hat, genau wusste, was er tat, aber das ist halt auch der Witz gewesen. Die wussten halt genau, was sie taten, weil, äh, das sind halt die Forscher gewesen, die, äh, sich von Anfang an damit beschäftigt haben und, äh, bei jedem Schritt sich gefragt haben, äh, ist das jetzt genauso, wie ich mir das gedacht habe und wie ich das ausgerechnet habe und, äh, wenn irgendwas, äh, komisch war, dann haben die das halt auch sofort bemerkt und, äh, ja, später hast du dann halt so Leute gehabt, die, äh, in Behälter genommen haben, wo so eine Lösung aus, aus irgendwie hoch angereichertem Uran oder Plutonium drin ist, haben das Ding gekippt und, äh, sich gewundert, dass sie durch das Kippen eine insgesamt sehr viel kompaktere Form gekriegt haben und diese kompaktere Form dazu gereicht hat, eine Kettenreaktion auszulösen. Okay, die haben sich nicht sehr lange darüber wundern können und sind dann auch sehr bald gestorben, aber, äh, ja, es gibt da durchaus Unterschiede, äh, zwischen, äh, Leuten, die das gerade frisch entwickelt haben und die ganze Theorie im Kopf haben und Leute, denen gesagt wird, hier macht mal XY, Äh, äh, ja, es ist, äh, es ist sehr schwierig, es ist, äh, ja, aber es ist auch sehr menschlich, muss man auch dazu sagen, also, äh, Institutionen neigen ja doch dazu, äh, äh, sowohl erst mal, erst mal aus Leichtsinnigkeit heraus überhaupt, äh, zu entstehen und dann irgendwann, äh, an sich selbst etwas zu scheitern. Äh, äh, wie war das Parkinson's Law, ne, irgendwie umso, umso unwichtiger die, die Abteilung, umso größer wird sie, dass, äh, in Großbritannien, äh, dieses Ministerium für die Verwaltung der, der britischen Kolonien, äh, hatte nie so viele Mitarbeiter wie ganz am Ende kurz vor der Abschaffung. Äh, 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 als, als es nichts mehr zu verwalten gab, weil, weil keine, keine Kolonien mehr übrig blieben, ne, trotzdem hatten die nie so viele Mitarbeiter. Ja, die, also, wo ist ja, aus den Kolonien wahrscheinlich die Mitarbeiter irgendwie in, im Heimatland versorgen. Ja, also, ähm, ähm, jetzt hast du, das war jetzt sehr, 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 über Atomreaktoren geredet. Yay, dann, da hab ich ja schon mal geprobt. Wollen wir, wollen wir das noch vorziehen? Ja, kannst, kannst, kannst kurz erwähnen, was du, dass du diesen Vortrag auch in ähnlicher Form, äh, eine, 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 eine kürzere Version dieses Vortrages. Ja, auf Englisch und, äh, ja, ja, so ungefähr, ähm, nochmal halten werde ich auf dem CCC. Es ist ja nicht so, als hätten wir schon zwei Folgen über Atomreaktoren im Weltraum gemacht. Oder Atomenergie, Reaktoren waren das ja keine. Also es ist sozusagen Teil drei unseres Atom-Talks. Das, das kommt halt, äh, das kommt davon, wenn irgendwie zwei Themen mit denen, die mich irgendwie mal begeistert haben oder auch begeistern, äh, aufeinander stoßen. Das ist dann halt eine unheilige Allianz. Naja, das ist ja, es ist ja auch, äh, kein, kein Abwegesystem, über das du jetzt geredet hast, aber es ist ja... Nee, ich denke nicht, ich denke nicht. Genau. Ähm, ja, also, wie gesagt, äh, auf dem CCC, äh, gibt es die CISOC, die CISOC-Assembly. Genau, äh, das Chaos-Space-Operation-Center. Genau, ähm, und, äh, da werden auch Vorträge sein, äh, also die, die haben so einen eigenen, die haben so einen eigenen Vortrags. Genau, also das ist ja, ich wurde, ich wurde da schon, äh, ich wurde dafür schon, äh, gescholten, dass es ja kein Vortrag ist, weil Vorträge sind ja nur die, die im, äh, öffentlichen Fahrplan stehen. Das ist eine Self-Organized Session, aber es ist ein Vortrag. Also, es ist ein Vortrag im Sinne des Wortes, es ist nur kein Vortrag im Sinne des, des 34-3, ganz große Bühne und so, aber es wird trotzdem was vorgetragen. Und zwar auch auf einer Bühne und zwar einer kleineren Bühne. Genau, das ist die Open Infra Stage, also die, ähm, ist einfach so eine Bühne, es wird ja, es wird ja dieses Jahr so ein offenes Konzept generell geben. Und, ähm, genau, du wirst einen Vortrag über, über zwei Dinge halten, gell? Ich werde zwei Vorträge halten, äh, ist zumindest zur Zeit so geplant. Nee, ich, ich, äh, ich, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob das eine schlaue Idee war. Äh, äh, ich bin mir da auch immer noch nicht ganz sicher. Äh, ähm, ja, eigentlich fing es ja damit an, dass ich, äh, über Helium 3 mal einen Vortrag machen wollte. Den hatte ich ja auch offiziell eingereicht und, äh, der ist dann wie, wie irgendwie 90 Prozent oder wie viel auch immer abgelehnt worden. Und, äh, ja, der Zweite kam jetzt irgendwie noch dazu. Mhm. Halt über, über, äh, Kernkraft im Weltraum. Eben, weil ich jetzt halt, ich hatte mich jetzt wieder da eingearbeitet und man könnte ja eigentlich noch viel mehr darüber reden. Ja, es war ein interessantes Thema. Also, ich bin auch sehr gespannt über deinen Vortrag. Ähm, ich hör mir ja, ich, äh, ich hör mir ja mal gerne auch die Folgen im Schnitt noch mal gerne an, damit ich, äh, auch wirklich alles verstehe, was du sagst. Weil, äh, beim ersten Mal komme ich öfters nicht mit, aber ich, äh, es ist, es ist wie, wie eine Kant-Vorlehrung in Philosophie. Muss man auch ein paar Mal hören, bis man es verstanden hat. Ja. Äh, ich, ich hab immer noch Dinge rausgelassen jetzt gerade, fällt mir auf. Also, ich hab noch nicht erwähnt, wie schwer das Ding eigentlich ist. Wie schwer ist es denn? So ein Vierteltonne, eine knappe Vierteltonne, äh, inklusive Strahlenschild. Also, der Reaktor alleine, so, äh, ich glaub, 200, so 100, 130 Kilo, glaub ich. Und, äh, Strahlenschild nochmal 90 Kilo. Oben drüber. Mhm. Und, äh, im Prinzip, äh, ich hatte irgendwo was gesehen, da hat jemand, äh, praktisch so ein Reaktor, mit der 10-fachen Leistung mal, äh, äh, projektiert. Und hat gesagt, und das wiegt dann ungefähr doppelt so viel. Ähm, das ist allerdings alles, äh, Gewicht ohne Radiator. Ähm, der Radiator ist, äh, ach nee, warte mal, nee, das, das müsste mit Radiator sein. Weil 300 Kilo. Aha. Ja, ähm, aber der, der Radiator, das ist das Ding, was das Ding am Ende schwer macht, äh, umso größer das Ding wird, umso leistungsfähiger das wird, äh, das ist sozusagen das, was bei einem normalen Kraftwerk der Kühlturm ist, ähm, weil du kannst, äh, Strom nur gewinnen aus Wärme, indem du eine heiße Seite und eine kalte Seite hast. Und wenn du keinen Radiator hast, um irgendwas kalt zu machen, äh, dann, dann, dann. Ist der, ist der Weltraum nicht tendenziell kalt? Ja, der ist kalt, aber, äh, der ist, der, der besteht aus nichts, da ist nur Vakuum. Also gut, keine, keine, ja gut, ja, du hast recht. Genau, und du musst die, die Wärme irgendwie, du musst die Wärme ja irgendwie loswerden und du kannst nur durch Strahlung loswerden. Und das heißt, äh, du musst irgendwie dafür sorgen, dass eine möglichst große Fläche, äh, heiß wird und dann, äh, Wärme abstrahlen kann. Und, äh, das Dumme ist, äh, die Effizienz, äh, ist abhängig davon, wie, wie, wie kalt diese, diese Seite ist, äh, während die Effizienz des Abstrahlens der Wärme, äh, abhängig davon ist, wie heiß das Ding ist. Und, äh, im Prinzip will man von, für den Radiator haben, dass der möglichst heiß ist, damit er viel Wärme abstrahlen kann, aber gleichzeitig will man, dass der möglichst kalt ist, damit die, äh, damit dein Stirling-Motor möglichst effizient wird. Äh, das ist dann halt immer so ein Ding, ne? Ja. Ähm, dann, äh, kommen wir mal, achso, ich will dann sagen, welchen nicht, welchen Vortrag ich halte. Äh, nämlich, ähm, rede ich über New Space. Ähm, äh, bis jetzt heißt er noch in Elend with Trust, aber ich glaube, ich ändere deinen Titel nochmal. Ähm, also es wird über, ähm, New Space gehen, also diese Bewegung, äh, um Space X, beziehungsweise wo ja Space X ein großer Teil von ist. Aber ich will ganz bewusst den Fokus auf die ganzen anderen Firmen legen. Also Blue Origin, äh, Planet Labs, Rocket Labs, äh, Vector Space, also diese ganzen anderen Firmen. Ähm, und, ähm, so schauen, einfach so eine Einführung, wie das aussieht, wie die, wie die Szene aussieht, was da gerade passiert, was da, was das für die Zukunft bedeutet. Firefly und X-Core. Stimmt, Firefly habe ich bei meinen, genau, ich werde auch über die, über, ich glaube, ich habe X-Core und Arca. Und, genau, Firefly kann ich auch noch mit reinnehmen. Ja. Und auch viel mehr wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, äh, hier, Blue Star, wie heißt denn, ich habe keine Ahnung. Ich sage es mir nicht jetzt, ich muss es mir nachher aufschreiben. Ähm, du hast ja meine, du musst ja eh noch meine Stichwortliste durchgehen. Genau, ja. Ähm, genau, das wird mein Vortrag sein. Und dann werden wir auch noch ein, das machen wir am Schluss, die ganze Ankündigung. Ich mache jetzt mal mein, äh, mein langes Thema für diese Sendung, nämlich, äh, Soyuz 1, äh, Soyuz 2.1b, äh, ist ja am 27. November gestartet. Die Rakete ist erfolgreich gestartet, kann man ihr nicht vorwerfen, aber die, ähm, Fregat-Oberstufe, Fregat M, hatte dann ein, äh, kleines Problem mit ihren Lagersensoren, was, äh, zufolge hatte, dass, äh, die Oberstufe inklusive dem Meteor M-Wettersatelliten, ich glaube, entwickelt, unter anderem mit deutschen Wissenschaftlern beteiligt, ähm, abgestürzt ist. Und, äh, man war... Leider nicht, leider nicht auf die Art und Weise, dass man halt das Ding einfach nur neu, obwohl neu starten könnte, hä, egal. Leider, ähm, ja, äh, es war dann, es war dann, äh... War mehr als ein Blue Screen. Ja, nee, es ist nicht, es ist abgestürzt im Sinne von, äh, Litho, Litho-Breaking. Ja, ja, sorry, ich, äh, war jetzt gerade, ich, so abgestürzt, oh ja, stimmt, Software geht ja auch. Ja, genau. Sorry, äh, schlechte, schlechte Wortspiele, das sind etwas, dem ich nicht widerstehen kann. Genau. Und, ähm, man hat sich jetzt so ein bisschen gefragt, woran das lag, weil es nicht sofort ersichtlich war. Und ich hab mir das mal durchgelesen und werde euch jetzt darüber berichten, weil es ist echt eine interessante Geschichte. Ähm, also, ähm, wenn man so einen Raketenstart beobachtet, dann sieht man ja häufiger, dass sich so eine Rakete rollt. Also sich um die, ähm, Achse dreht, die so, ähm, vertikal, ähm, durch die Rakete durchgeht. Also dreht sich um sich selber, könnte man sagen. Genau. Und das, äh, kann man sehr schön immer sehen bei jedem, bei jedem Space Shuttle Start. Genau. Äh, und das, äh, sagt er, gibt's ja dann auch oft so, dass, das Kommentar, wenn man, wenn das so kommentiert läuft, ist so, äh, Rollmanöver ist abgeschlossen. Und, ähm, das wird gemacht, um, ähm, die Hauptplattformen mit den Sensoren, ähm, in die richtige Position zu bekommen, damit die auf, äh, Null Grad liegen. Äh, okay, ähm, das ist, nee, nee, das ist, nee, nee, das wird am Boden gemacht. Äh, äh, außerdem, dass mir dem Space Shuttle, äh, das ist irgendwie einfach aus, aus sehr dynamischen Gründen, äh, ähm, nee, so, so wie ich das verstanden hatte, das Ding wird, äh, auf eine bestimmte Art und Weise halt eingebaut. Ja. Und dann muss es vor dem Start, äh, in die richtige Position gedreht werden, damit's einfach physisch an der richtigen Stelle erstmal ist. Ja, aber. Und, äh, auch um den, um den Sensor, der da drin ist, zu eichen. Genau. Und, äh, was jetzt das Problem war, ist, äh, das Ding startet, äh, glaube ich, bei der Position 176 Grad und normalerweise wird das Ding einfach zurückgedreht auf 0 Grad. Nee, der, der eine wurde zurückgedreht auf 0 Grad, äh, von der unteren Stufe, glaube ich, und der andere, äh, war sozusagen auch 6 Grad daneben, oder nee, 4 Grad daneben. Das Problem ist, äh, aber in die andere Richtung. Ja, das, das Problem ist das, äh, dass, das, äh, die, es gibt zwei unabhängige Gyrosysteme von der, ähm, Soyuz und von der Fregattstufe. Und die von der Fregattstufe war nochmal 10 Grad zusätzlich, ähm, verdreht im Verhältnis zur, ähm, zur Soyuz-Stufe. Und dann war halt insgesamt eine Drehung von 184 Grad vorhanden und jetzt sollte sich die, der Gyro wieder in die 0 Grad Plattform drehen und das sollte er auf dem kürzesten Weg tun, was bisher halt immer in die 0 Grad Position ist. Aber der Gyro hat gedacht, hm, ich, äh, das wäre doch viel schneller, wenn ich mich einfach in 100, äh, auf 360 Grad drehe, was ja gleichwertig ist mit 0 Grad und dann bin ich ja auch schon wieder in der richtigen Position. Ja, hm, stimmt. Was halt bloß der, der Computer nicht mitbekommen hat. Genau, das ist, das muss ja während des Flughauses passieren. Ich hab gerade, ich hab gerade das gemacht, ich hab übrigens gerade das gemacht, was man, äh, in manchen anderen Fällen Mansplaining nennt. Sondern zum Glück sind wir ja beide zwei Männer. Genau, äh, und, äh, Man merkt, man merkt's halt, äh, es liegt mir manchmal im Blut. Genau. Das tut mir dann jedes Mal furchtbar leid, ähm, wenn ich's mitkriege. Jetzt lassen wir mal kurz weiterreden. Weil dann krieg ich's nicht mit. Ähm, okay. Und, äh, ja, also, das muss ja während des Flughauses passiert sein, diese Drehung. Weil sonst hätte der Computer das bemerkt, aber man hätte das... Ich hatte's so verstanden, wie das würde, dass das alles am Boden war, aber es kann durchaus sein, dass du, dass du vollkommen recht hast. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, der, also, der Gyro war halt in der umgekehrten Position, macht ja für den Gyro keinen Unterschied. Aber der Computer hat sich gedacht, Moment mal, jetzt ist die Rakete ja um 360 Grad vom Kurs abgekommen. Äh, ich muss kurz mein, mein Alexa ausmachen, das regiert nämlich auf das Wort Computer. Ähm, 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 und hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir hier volle Drehung einleiten. Äh, wir sind ja 360 Grad falsch. Computer war nicht besonders schlau und ich hatte nicht gemerkt, dass 360 Grad vom Kursabweichung, äh, eigentlich egal ist. Ähm, ähm, und das hat bedeutet, dass die Fregatstufe sich einfach so freigedreht hat und dann halt, äh, zerbrochen ist, beziehungsweise abgestürzt ist. Jo. So, warum ist das jetzt passiert? Das ist die Frage. Warum, warum ist dieser, äh, Gyro in, ähm, in die 360 Grad Position gesprungen, beziehungsweise warum hat das davor immer funktioniert? Also, dieses Manöver machen die ja bei jedem Soyuz-Flug. Und das ist so passiert, dass nämlich, dass, äh, die Soyuz 2, 1, B, ja, das zweite Flug aus dem neuen Kosmodrom, äh, was Dojny ist. Jo. Und, ähm, da, das... Der erste in, ich glaub, der erste in Richtung Pol, oder? Das kann auch sein, genau. Das andere war ja, genau. Und da war... Ich weiß nicht mehr, was der andere war. Das ist, äh, ich mir jetzt... Ist auch egal. Ähm, ähm, und, ähm, da ist das, äh, ist die Stadtfläche. Die Stadtplattform anders ausgerichtet als bei Baikonur, Pläsetzg oder Kuru. Und, ähm, dort ist nämlich, sind nämlich diese Drehungen im Bereich von bis zu 140 Grad und nicht bis zu 184 Grad. Und deswegen ist das dort nie passiert. Und das haben... Und das wäre ein Problem, was man hätte vorher beheben können. Also, ist ja einfach eine Sache, wie man einen Computer programmiert. Beziehungsweise, dass man im Gyroskop sagt, dreh dich halt immer in die Nullposition und nie in die 360. Grad-Position. Ja. Und, ähm, das ist, äh, also das ist einfach passiert, weil das, weil das Kosmodrome an einem anderen Ort steht als bei Baikonur, Pläsetzg oder Kuru. Und, ähm, das hätte man natürlich vorher bemerken können, hätte man vorher bemerken sollen. Hätte man, hätte man anders testen müssen. Wahrscheinlich hat man das komplett nur simuliert im Computer. Nee, 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 das Problem war, war auf der bürokratischen Ebene. Nicht mit Hardware in the Loop. Ich hab's doch recherchiert, Frank. Okay, nee, dann, ich, ich bin, ich bin gespannt, weil davon hab ich, davon hab ich tatsächlich nichts mitbekommen. Also, ähm, als, ähm, äh, der, der, ich bin ja auf Washington Space Web und der zitiert aus, äh, na was die, äh, kosmo, naftiki, was sowas wie das, ähm, 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 raumfahrt.net-Forum ist, auf Russisch. Wie heißt das, äh, wie heißt das, äh, wie heißt die Seite? Raumfahrer. NASA Space Flight? Nein, nein, das Wort. Achso, nee, Raumfahrer.net, raumfahrer.net. Genau, also sowas wie das russische Raumfahrer.net oder das NASA Space Flight Forum auf Russisch, das, äh, na was die, kas, kasmanavitki, ähm, kas, nee, warte, kas, kas, ma, kas, mo, na, v, naftiki, genau, so rum, ist auch egal. Und da hat jemand, äh, gepostet, dass, ähm, 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 es einfach schlechte Kommunikation zwischen Arkita, RKTS Progress, ähm, die Firma, die, äh, dieser Jus baut und, äh, NPO Lavoch, Lavochkin, äh, pardon my Russian, entschuldigt mein Russisch und mein Englisch und ich weiß gar nicht, was los ist. Also es gab schlechte Kommunikation zwischen diesen beiden Firmen, ähm, es gab irgendwie ganz viele Rechtsprobleme zwischen diesen beiden Firmen, wurden ständig Sachen, ähm, bestätigt und nochmal bestätigt, also, äh, verschiedene Verträge, die man dann abgeschlossen hatte, ähm, genau, und da ist einfach diese, dieses Memo, was gesagt hat, hey, ihr müsst diesen Computer neu programmieren, weil das Launchpad anders ausgerichtet ist, das ist einfach untergegangen und, äh, die, die Ingeniere, die an diesem Projekt direkt gearbeitet haben, wussten nicht, dass dieses Problem besteht und die Manager, die sozusagen die Übersicht hatten, die waren technisch gar nicht dafür qualifiziert. Ja, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche, was auch bei dem ersten Ariane 5 Start, äh, äh, schiefgegangen ist, ne, da gab's ja auch irgendwie, da gab's ja auch das technische Dokument sowieso, ne, das dann im, im Regal hinten links, Genau. Weißt du, irgendwo drinne steht und, äh, alle haben's gesagt, ja, hier, da müsst ihr aufpassen und, äh, hat sich dann, halt, äh, hat halt keiner mitbekommen. Genau. Also hier, hier schreibt er, die, äh, die, äh, die Tieferen gerade von Ingenieuren haben einfach das Detail übersehen und die Topmanager hatten keine, hatten keine, hatten keine, wussten gar nicht, dass das Problem existiert, weil sie einfach nicht die nötige Qualifikation dazu hatten. Ja. Also, dass ich jetzt auch nur hören sagen, das ist irgendwie aus diesem russischen Raumfahrtsforum, aber ich denke, wenn's hier, wenn's hier, ähm, Anatoly Zack zitiert, dann wird das schon irgendwie ein Gewicht haben. Ähm, ähm, ist da, ist halt, Lagesensoren ist irgendwie nicht so die Stärke von russischer Raumfahrt, wir erinnern uns an die eine, an den Protonflug, wo ein Lagesensor einfach falschrum eingebaut wurde, äh, der dann einfach gesagt hat, dreh mal lieber um. Und dann geht er halt Richtung Erde. Ist halt eine Frage von Testen, von Testen auch, also mit, mit Hardware testen und nicht nur mit Software. Ja, äh, ja, ja, aber, äh, das ist halt, das ist halt so ein, also, das ist halt so ein Miniproblem, also mit großer Auswirkung, aber dass, 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 dass einfach der Guru irgendwie dann in die 360-Grad-Position kommt. Immerhin, weißt du, immerhin war's ein relevantes Teil. Es war ein relevantes Teil, äh, in der Hardware und es war ein relevantes Teil in der Software. Die Ariane 5 ist damals abgestürzt, weil, äh, irgend so ein, irgend so ein Stück Kontrollsoftware, was nur noch drin war, das noch nicht mal mehr benutzt wurde, äh, das, das wurde für gar nichts mehr benutzt, ne? Da ist so eine, so eine, äh, äh, Variable irgendwie, hat's einen variablen Überlauf gegeben. Das wäre sogar für das Programm scheißegal gewesen, aber, äh, es gab dann halt so eine, so eine Meldung, Achtung, Vorsicht, hier ist irgendwas im Programm schiefgelaufen, da ist ne, da ist ne Variable übergelaufen. Ich halte jetzt mal das Programm an. Ja. Das ganze Programm, obwohl, obwohl der Programmteil nirgendwo benutzt wurde. Also, es ist nochmal eine Spur peinlicher, was damals abgelaufen ist in der Ariane 5. Aber, ja. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich ein, äh, sehr spannendes Problem. Also, also, natürlich schade um den, um den Satelliten und, äh, so die ganze Rakete an sich. Aber so, also, das durchzulesen, das war schon ein bisschen, ich hab, ich hab, glaub ich, laut aufgelacht, als ich das dann gelesen hab. Weil es ist schon sehr lustig. Ja, aber ist halt ein, ist halt ein altes Problem, ne? Äh, es gab auch mal irgendwie ein Problem, da wurde die Erdrotation nicht korrigiert, glaub ich. Ja, ja. Äh, ist auch auf der Stadtrampe, ist das aufgefallen. Ja, irgendwie, bisschen komische Variablen, aber keine Abweichung, ja, macht mal. Ja. Ja, es, äh, ist auch sehr schön, es gibt hier auch sehr schöne, äh, so Grafiken von den ganzen Achsen und, äh, äh, Ausrichtungselementen an so einer Rakete. Also, wird schön gezeigt, was Yaw ist, was Pitch ist, was Roll ist. Ähm, und, äh, das ist, äh, auch so auf sich, äh, eben, das muss man ja alles bedenken, auch so aus, in welche Richtung die, die Fairings sich separieren. Ähm, also, ist eine schöne Zeichnung hier auch drin, kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, aber sonst, ja, der Fehler lag einfach daran, dass, dass hier der Gyro, äh, zu weit gedreht wurde. Und, dass das davor einfach nie so weit gedreht wurde. Also, wie gesagt, bei den anderen drei Startplätzen für eine Soyuz-Rakete, also Baikonur, Pläsetzko und Kuro, da geht man halt nur bis 140 Grad und, äh, bis dahin springt dann halt der Gyro halt immer noch in die, ähm, in die, äh, Dingenskirchen. In die kürzere, in die kürzere Richtung. Genau, in die kürzere Richtung. Jo, ähm, ja, und, äh, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich dir irgendwie über's, über den Mund gefahren bin, äh, völlig unberechtigt. Und, äh, es tut mir jedes Mal leid, zumindest, wenn's mir auffällt. Ja, sorry nochmal. Ja, ja. Also, wir, wir, wir sagen das, also ich, ich hab das auch schon öfters mal gesagt, auch nach der Sendung, noch nie in der Sendung, äh, weil's mir meistens erst hinterher auffällt. Äh, ja, also, wie gesagt. Das ist mir, ist mir durchaus bewusst und es ist mir auch echt peinlich, aber, äh, ja, tja, ich konnt's in dem Moment dann nur noch irgendwann mitkriegen und mich entschuldigen. Sorry. Nee, passt, passt ja alles, ist ja, ist ja alles in Ordnung. Jo. Ähm, ja, also, das, das war mein, mein, äh, Sayus, äh, Thema. Ich hab jetzt leider keine Dreiviertelstunde drüber reden können. Ähm, aber, ja, lest, lest, äh, read, read the fucking Memos. Ja, das, äh, wie gesagt, das hätte der, das hätte der ESA auch schon ein paar Probleme, äh, ersparen können. Nicht alle, aber ein paar. Ja, das ist ja genauso wie beim, äh, Luna, beim, äh, beim, äh, Luna Lander, wo die erst eine, eine runde Tür, eine runde Luke eingebaut haben. Und, äh, die sind dann bis zur Stufe, wo sie schon mal 3D-Modelle davon hergestellt haben, so im Miniatur-Mastab, sind sie schon gekommen. Und dann, äh, mussten erst mal ein paar Astronauten kommen und meinten, äh, äh, schwierig, weil wir haben halt, äh, runde, äh, runde Raum, äh, äh, eckige Raumanzüge mit Rucksäcken. Und wir kommen halt durch diese Runde Luke einfach nicht durch. Jo. Ähm, hier so, äh, das Runde, das Eckige muss durchs Runde, so, äh, was so kleine Kinder gern spielen. Ja, ja. Das haben die dann auch nicht sofort bemerkt. Ja, und, äh, wir erinnern uns natürlich alle noch, äh, an den, an den Mars-Polar-Lander. Ne? Was ist mit dem passiert? Na, das war die Sache mit dem Pfund und so, oder was auch immer, also mit den Einheiten umrechnen. Das musst du schon erzählen, du darfst nicht nur drauf rekuieren, du musst schon erklären, was das ist. Ah, wie, 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 wie war der, wie war denn das? Äh, es gab da auf jeden Fall ein Problem mit der Umrechnung von, von metrischen zu, zu imperialen Systemen. Ich weiß nicht mehr, ob es Fuß und Meter waren oder ob es Pfund und Kilogramm waren. Äh, jedenfalls hat, hat es ausgereicht, dass das Ding halt, äh, gnadenlos versägt hat, äh, bevor es, äh, beim Anflug an den, auf den Mars, bevor es bremsen konnte. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich hab's nicht mehr völlig im Kopf. Ja, oder wir erinnern uns an, äh, Schrapnelli. Ne, warte, warte, äh, das war gar nicht Mars Polar Lander. Sondern? Das war irgendeine andere Sonde. Die hieß anders. Äh, Mars Polar Lander, die hatte ein anderes Problem gehabt. Äh, die hat nämlich gedacht, beim Ausfahren der Landebeine, äh, dass in dem Moment schon, äh, Bodenkontakt war, weil, äh, die Sensoren, die für den Bodenkontakt da waren, äh, beim Ausfahren halt, äh, ja, halt geschüttelt wurden. Und, äh, haben damit einen Messwert, äh, gemessen, der aber nicht ausgefiltert wurde. Ja, und wenn er nicht ausgefiltert wurde von der Software, äh, wurde halt gesagt, ja, okay, äh, Bodenkontakt, alles aus. Wir stehen. Äh, halt paar Kilometer über, über der Oberfläche, was ein bisschen ungünstig war. Ja, wir erinnern uns an Schrapnelli, der war ja ein ähnliches Problem mit dem Sensor. Ja, ja, also. Ja, apropos automatische Filterung, hast du gesehen, dass, äh, gehört, dass, äh, in Grönland eine Temperaturmessstation, die hat so hohe Werte rausgegeben, dass die, dass die, äh, dass der Computer das als Fehlmessung gelöscht hat. Aber es hat tatsächlich gestimmt. Mh, nö. Also irgendwie in Grönland wird's so warm, dass der Computer denkt, das ist ein Fehler. Ja, die, ja, die haben manchmal, die haben manchmal Föhnstürme und so, äh, also so heißen, äh, vom, vom, also witzigerweise vom Eisschild her, äh, kommt ein Wind und bläst den runter und dann wird der komprimiert. Ja, Föhnhalt. Einfach, weil unten, weil einfach unten höhere, höhere Luftdruck ist, ne? Föhnhalt. Föhnhalt. Und, äh, ja, dann, dann wird's auch manchmal warm auf Grönland. Zwar so richtig. Ja. Gut, äh, was willst du denn jetzt als nächstes, äh, besprechen? Äh, ich hatte es vor langer, langer Zeit, äh, hatte ich versprochen, mal über, über das Mars Space Camp von Lockheed Martin zu sprechen. Ja. Und das ist mir echt kurz vor der Sendung siebenteils eingefallen, dass ich, äh, dass ich darüber ja reden wollte, weil ich hab darüber einen Artikel geschrieben und der wird, äh, im nächsten Jahr, in der ersten Ausgabe für im nächsten Jahr von der Flugrevue irgendwie erscheinen. Ähm, ja, äh, 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 was soll man sagen? Ähm, wir wollen ja alle zu Mars. Und, äh, sprich nur für dich selbst, bitte. Rede ich. Also, äh, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, dass ich da nicht an Bord sein möchte. Ja. Ähm, äh, äh, okay, wir hatten ja schon mal über diesen Deep Space Gateway gesprochen und, äh, ja, im Prinzip ist das Gleiche. Von, von der, von der Idee her, von der Idee her ist es ganz ähnlich. Äh, man schickt halt eine, eine ganze Raumstation zum Mars rüber und, äh, bleibt da eine Weile im Mars-Orbit. Und, äh, äh, haut dann wieder ab. Ähm, ja, das Ding besteht aus, äh, mehreren Modulen. Die, äh, ja, also erst mal hast du zwei Habitat-Module für die Crew, wo auch, äh, Fracht mit drin ist, wo man, wo sie drin schlafen können. Ähm, nee, sorry, die Dinger heißen Crew-Modul. Ich hab mich, ja, es gibt da noch das Habitat-Modul. Das ist ein größeres Ding, äh, also diese, diese Crew-Module sind so 40 Kubikmeter, glaub ich. Mhm. Ähm, und das Habitat sind sowas wie 300 Kubikmeter. Äh, es ist schon ein richtig großes Ding eigentlich. Äh, ich glaub irgendwie so 7 Meter Durchmesser. Ich muss mal, ich muss mal eben suchen, ob ich, ob ich meinen, ob ich meinen Text wieder nochmal finde. Verdammt, ich hab mich nicht vorbereitet. Der Punkt ist, äh, vom Mars her ist es halt so groß, dass es bei der SLS-Rakete oben reinpasst. Okay. Nö, also, ja, das Ding ist halt etwas größer im Durchmesser als alles, was man bis, bis dahin hatte. Äh, abgesehen von sowas wie Skylab, äh, was halt mit der Saturn-5-Rakete geflogen ist, die halt auch entsprechend groß war. Und, äh, ja, bietet entsprechend viel mehr Platz. Und, äh, es gibt noch ein zweites Modul, das Labormodul, das praktisch das gleiche ist, aber das wird vorausgeschickt. Soll heißen, man, äh, schickt schon mal ein bisschen Hardware in Richtung, äh, in Richtung Mars, äh, mit Ionentriebwerken, weil, braucht länger, aber braucht nicht so viel Startmasse, äh, weil ist halt viel effizienter. Und, äh, kann dann schon mal gucken, äh, zumindest ferngesteuert nachschauen, ob das alles funktioniert hat mit dem Anflug und ob innen alles Dufte ist und so, äh, bevor man dann die Menschen losschickt. Äh, die Menschen kommen, äh, praktisch zu so einer Mini-Raumstation im hohen Erdorbit, ähm, die halt wie gesagt aus diesem Habitat besteht, aus diversen Solarzellen, aus den zwei Crewmodulen und aus zwei Orion-Kapseln. Und, äh, insgesamt ist das Innenvolumen, naja, äh, so 40 Prozent von dem, was auf der ISS ist. Oh. So. Jetzt, also von dem, von dem Raumschiff, mit dem die zum Mars fliegen wollen. Der Flug dauert sowas wie neun Monate. Äh, dann bleiben sie eine Weile beim Mars und fliegen dann irgendwann wieder zurück und der Rückflug dauert dann, äh, nochmal zehn Monate. Und, äh, du sollst jetzt nicht glauben, dass die da zwischendurch noch landen werden. Äh, alles, was so vorgesehen ist, dass man, äh, einen kurzen Ausflug macht, äh, zu einem der, der Mars-Monde, entweder Phobos oder Deimos, äh, mit so einer komischen, äh, Konstruktion, äh, ja, mit der, in die praktisch so ein Astronaut eingespannt wird, ähm, die ihn, äh, zuverlässig von der Oberfläche fernhält. Äh, damit er keinen Staub aufwirbelt. Ähm, ich, da hat mich nicht sehr überzeugt, ähm, der Hauptzweck der Mission soll wohl sein, einen Rover auf der Mars-Oberfläche zu steuern. Ähm, und man sollte meinen, okay, das, das macht vielleicht Sinn, weil, äh, man ist im Mars-Orbit, äh, das heißt, man kann fast in Echtzeit das Ding steuern. Ähm, die Signale bis zum Mars brauchen ja irgendwas zwischen reichlich fünf Minuten bis über eine halbe Stunde oder so, äh, je nachdem, wie weit er gerade weg ist. Also so heißen, äh, ja, Sekundenbruchteile oder viele Minuten, ähm, sollte man eigentlich meinen, ist man viel effizienter. Aber das hat natürlich alles Grenzen, weil alles, was du steuerst, ist am Ende ein Rover unten auf der, auf der Oberfläche. Du bist komplett an die Fähigkeiten dieses Rovers gebunden und, äh, du kannst nur sehr viel, sehr begrenzte, sehr begrenzte Aktionen durchführen. Auch wenn du, äh, viele Monate Zeit hast dafür, ist es halt am Ende dann doch begrenzt. Und, äh, es gibt so Studien von der, von der NASA, wo man dann geguckt hat, ja, also ungefähr fünfmal so viele Beobachtungen im gleichen Zeitraum. Ähm, ich meine, es ist, das ist ein, das ist mehr, klar. Aber wenn man sich so den Aufwand, äh, überlegt, also, äh, der Aufwand sind eine ganze Reihe von SLS-Raketen, die starten müssen. Erstmal um die Habitate, um das Habitat und die Crewmodule und die Orion-Kapseln in diesen hohen Erdorbit reinzubringen. Und, äh, dann noch, um die aufzutanken, weil, äh, um zum Mars zu kommen, brauchst du, äh, über 200 Tonnen Treibstoff. Äh, soll übrigens Wasserstoff und Sauerstoff sein und, äh, da sollen dann noch Kryokühler dazukommen, damit die halt, die, die Tanks halt, äh, entsprechend kalt halten, damit der flüssige Wasserstoff auch flüssig bleibt. Ähm, die Tanks dafür sind übrigens um die, um diese Crew-Kabinen angeordnet, äh, dienen dort dann gleichzeitig auch noch als Strahlenschutz, äh, für den Fall, dass man in irgendeinen Sonnensturm reinkommt. Ähm, ja, ist ein riesengroßer Aufwand, braucht diverse Starts von, von SLS-Raketen, weil so 50 Kilo viel mehr bringst du nicht an, an, äh, Treibstoff pro Start in, in hohen, in hohen Erdorbit rein. Ähm, und das alles nur, um dann, äh, sozusagen die Produktivität von so einem Rover, um einen Faktor 5 zu erhöhen, ist doch sehr fragwürdig. Also einfach mal 5 Rover anstatt nur einen da hochzuschicken, ist dann doch irgendwie effizienter. Ich glaub, diese, diese Diskussion hatten wir ja auch schon mal, ne? Äh, dezent. Ähm. Dezent, ganz dezent. Aber wäre nicht der Vorteil, dass man Erfahrungswerte sammelt, wie so ein Langstreckenflug auf Menschen einwirkt? Also man muss das ja mal ausprobieren. Das auf jeden Fall, aber das kann man genauso gut, äh, in dem, in dem Deep Space Gateway machen und, äh, ist gleichzeitig etwas näher an der Erde dran. Ähm, und vor allen Dingen, äh, der, der Flug dauert, äh, zwei Jahre, über zwei Jahre, äh, knapp 1000 Tage. Ich glaub, irgendwie 970 waren's. Ähm, was, und die ganze Zeit sind die in der Schwerelosigkeit. Äh, es gibt so noch eine geplante Mission, dass man sagt, okay, beim zweiten Flug fangen wir irgendwie dieses, äh, dieses Raumschiff ein. Ach so, das Raumschiff, äh, wenn das in den Marsorbit kommt, äh, wird das praktisch, äh, in der Mitte getrennt und dann kommt dieses Labormodul, das, äh, schon gestartet wurde, äh, praktisch mit rein, sodass man halt insgesamt so eine kleine Raumstation gebildet hat. Und, äh, für den, für den Rückflug muss das dann wieder ausgeklingt werden. Und, äh, ja. Ja, und halt, wie gesagt, in der ganzen Zeit, äh, sind die in der Schwerelosigkeit, äh, und für den zweiten Flug, wenn man das Raumschiff dann wieder einfängt, äh, hat man gedacht, ja, vielleicht könnte man dann ja zwei Landefähren mit, äh, schon mal zum Mars schicken, mit denen dann bei der zweiten Mission die Leute mal kurz zum Mars runterfliegen können, und zwar für zehn Tage. Ähm, dann hat man halt das Problem einfach, äh, die, die, die Leute hängen so lange in der Schwerelosigkeit rum, können sich nicht regenerieren, äh, sind in einem extrem kleinen Raum eingepfercht, also, wie gesagt, weniger als das halbe Innenvolumen der ISS für sechs Leute. Also, äh, also, ich will da echt nicht dabei sein. Und, äh, es ist halt, äh, es ist wirklich, es geht sehr an die Grenze dessen, was, was überhaupt möglich ist. Da gibt's dann auch so, so lustige Notfall-Szenarien, was machen wir eigentlich, wenn dieses Habitat kaputt geht? Äh, dann müssen alle Leute sich in die, in die Crew, in diese Crewquartiere, ähm, ja, drängeln. Und, äh, dann hast du plötzlich, äh, das Szenario, dass du in diesem kleinen Crewquartier, äh, ich glaub, es waren 70 Kubikmeter oder so, und, und, äh, und halt in dem, äh, in der Orion-Kapsel dann halt, äh, sich alle Leute drängeln müssen für zehn Monate, bis sie wieder auf der Erde sind. Alles, äh, ja, gut, äh, ich glaub allerdings auch nicht, dass es sonderlich geräumig in den, in den SpaceX-Raumschiffen sein wird. Das wird so vielleicht nirgendwo. Nee, aber die haben immerhin den Vorteil, äh, dass der Plan ist, dass man zum Mars fliegt und sofort auf dem Mars landet, und dann erst mal sowas wie Schwerkraft hat, äh, sowas wie Umgebung hat, das heißt, man kommt auch mal wieder raus, so ein bisschen zumindest. Äh, ja, also ich, äh, ich, äh, und der, der Sinn der Mission hat sich mir nicht so ganz, erschließt sich mir nicht so ganz. Ähm, wie gesagt, fast alles, was man dort machen kann, äh, was, was so, äh, menschliche, also, was halt zum Beispiel den Aufenthalt, den langfristigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit angeht, das kann man wunderbar auf diesen Deep Space Gateway machen und muss dazu nicht unbedingt bis zum Mars fliegen, äh, wo es dann halt, äh, wo es halt einfach nur a, gefährlich ist und b, äh, extrem lang ist, ähm, und zwar viel länger, als das unbedingt nötig wäre, wenn man, äh, einfach direkt auf dem Mars landet und eine Weile auf der Oberfläche bleibt und dann zumindest eine gewisse Schwerkraft hat. Mhm. Ähm, also ich, ich finde das alles, äh, etwas, etwas, äh, merkwürdig und, äh, unausgegoren. Ähm, ausgegoren ist natürlich der technologische Teil, äh, das ist klar, also die, die, die Technik, die dort benutzt wird, die ist ja konservativ ausgelegt, so wie ich das, äh, so wie ich das einschätze. Ähm, da ist einfach nichts Besonderes, also da ist ja keine, keine Magic Source oder irgend sowas dabei, also da ist einfach so klassische Raumstationstechnik, äh, die da verbaut wird und, äh, ja. Hm. Hm. Was soll man sagen? Äh, ich, ich bin damit irgendwie etwas, ich bin damit nicht warm geworden. Was soll ich sagen? Also ich bin da nicht, nicht sehr überzeugt von. Aber das ganze Ding funktioniert ja eh erst, wenn SLS, äh, funktioniert. Ja, A, funktioniert und B, äh, äh, viele Starts hinlegen muss, ne? Und das wird also extrem teuer für den Spaß. Also ich glaub, da, da, also ich glaub, das Deep Space Gateway ist zurzeit eher die wahrscheinlichere Option. Ja, hab ich ja schon gesagt, also politisch ist das echt super, Deep Space Gateway. Ja, also auch praktisch, also es ist halt praktisch einfach so, ja, du kannst halt den ganzen Scheiß testen. Äh, im Prinzip ist das halt ein Raumschiff, das halt bloß nicht wegfliegt, bleibt halt an einer Stelle und hat genau, es fliegt genau in der Umgebung, in der auch so ein Raumschiff dann fliegen wird. Und jeder kann sagen, ja, wir wollen zum Mond und seht her, es ist in der Nähe vom Mond. Und du kannst sagen, ja, wir wollen zum Mars, seht her, es ist genau in der Umgebung, wir brauchen für ein Mars-Raumschiff. Ist doch super. Ähm, ja. Ja, ich find's auch spannend, ich find's auch spannend, wie das jetzt im letzten Jahr Form angenommen hat, das Deep Space Gateway. Ja, aber das, das lief schon länger, also seit 2007, glaub ich, ähm, halt als, als Nachfolger der ISS sozusagen, als Nachfolgeprojekt. Ja, aber so die Timeline und wie das aussieht und was da passieren wird, das ist ja so erst im letzten Jahr bekannt geworden. Mhm. Ja. Also find ich schon spannend, äh, das, das ist schon jetzt schon ein richtig realistisches Ding. Vor allen Dingen, äh, es braucht nicht unbedingt SLS, weil du hast dort, äh, du hast im Deep Space, Deep Space Gateway, glaub ich, nicht unbedingt ein sehr großes Modul dabei. Äh, du kannst das komplett aus Modulen aufbauen, die so in der Größenordnung der ISS sind und dann brauchst du kein SLS. Ja, aber ich, ich glaub, die Timeline von der NASA ist schon, dass sie das mit, äh, mit den ersten richtigen SLS-Flügen hoch, hochhiefen. Na, mit den ersten richtigen SLS-Flügen wird ja erst mal Orion getestet. Ja, aber ich mein halt nach, äh, nach den Exploration Missions. Das wird man sehen, äh. Es gibt doch diese Timeline, das ist doch schon alles vorgeplant. Ja, ob das dann wirklich passiert. Ich bin bei SLS, äh, jetzt ein bisschen pessimistisch. Ja, ich auch, aber kurz überlang werden die schon was bauen, die werden jetzt einfach jetzt, ja. Wir müssen mal mit den Themen vorankommen, Frank. Ähm, ja, ich wollte auch gerade, wollte auch gerade sagen. Dann, äh, komm, machen wir mal den, äh, den SpaceX-Block. Elon Musk. Genau, den obligatorischen. Was soll man dazu sagen? Schon wieder Mars. Wir sind schon, wir sind schon wieder bei Mars. Ich bin auch bei, ich bin auch bei einem Tesla. Ja, der soll ja in Richtung Mars, ganz grob in Richtung Mars. Also fangen wir mal von vorne an. Also Falcon Heavy soll ja jetzt Anfang Januar nach aktuellem Stand fliegen. Und Elon Musk hat, äh, gesagt, ähm, in einem ersten Tweet, sie werden die, äh, die blödestmögliche Nutzlast, the most silliest payload, äh, auf, äh, auf diese erste Falcon Heavy packen, weil da will man ja nichts richtiges drauf tun. Äh, wir schauen, äh, zu ESA. Ja, das hat er seit, seit Jahren irgendwie, hat er das gesagt. Ja, genau. Und jetzt hat er auch verraten, was er drauf tun will, nämlich einen Tesla Roadster, also die, äh, Sport. Nein, nein, nicht einen. Seinen. Wie seinen? Seinen. Seinen eigenen, seinen privaten, ja. Ja, gut, also, ja, ja, ich hab mir schon gefragt, wie das, also, kauft denn SpaceX einen Tesla Roadster oder wird er von? Nein, 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 er nimmt seinen eigenen. Ja, also, seinen Tesla Roadster in Midnight Cherry, also, äh, dunkelrot, wird auf, auf die Falcon Heavy gespannt und der spielt während des Fluges, äh, Space Oddity von David Bowie. Und, äh, wurde, wurde das jetzt, hat er das bestätigt? Ja, hat das auf jeden Fall, ich erzähl die Geschichte von vorne, Frank, äh, hat er das bestätigt, ähm, ähm, ja, genau, und dann, also, hat er so ausgetwittert und die ganze, ganze Weltraumpresse so, bitte was, hallo, haben bei SpaceX angerufen, so, stimmt das eigentlich, was da euer Chef twittert? Und die so, ja, ich mein, wenn, wenn's der Chef sagt, wird, wo, wird's schon stimmen. Dann haben das bestätigt, ohne halt Rücksprache mit irgendjemandem zu halten, also, die Pressestelle von SpaceX. Und dann hieß es auf einmal, nee, nee, war ein Witz, also, wir werden keinen Tesla Roadster drauf packen. Ah, und dann, dann hat, glaub ich, ähm, hier der, ähm, Bad Scientist, ähm, ne, der Bad Astronomer, Fraser. Phil Plait. Phil Plait, genau. Hat dann, äh, Elon Musk kontaktiert, der hat irgendwie da, der kennt ihn ja irgendwoher. Genau, ich glaub, der, der, der sollte mal irgendwie, war er konzentriert. Er hat einfach nur auf Twitter, er hat einfach bloß auf Twitter geschrieben. Ja, aber der hat nochmal mit dem direkt gesprochen, also telefoniert. Mhm, okay. Und dann hat irgendwas, nee, Elon Musk ihm gesagt, ähm, also er ist da die quasi Primärquelle, ähm, dass, äh, sie da schon ernst meinen und, dass es so gemacht wird, ähm, und, äh, sie werden, also, sie wollen ihn erst in einen Mars-Orbit schicken, was erst mal schon nicht geht, weil dann bräuchten sie ja, äh, irgendwas, womit sie denn. Bremsen. Bremsen, also quasi am Mars vorbeifliegen lassen und, ähm, also was der aktuelle Plan ist, dass man das einfach mit einem Hohmann-Transfer, also einem sehr, ähm, energiearmen, ähm, Manöver in die Nähe des Mars-Orbits schiebt, äh, aber dieser Tesla Roadster wird dann auf Ewigkeit, äh, zwischen den Planeten kreisen, ohne Gefahr zu laufen, irgendwas mit, äh, Tesla-Autos zu verseuchen. Also dieser, dieses Auto wird nie irgendwo draufknallen. Jo. Genau. Außer beim Start halt vielleicht auf die Erde. Genau, aber, äh, äh, Elon hat ja gesagt, es gibt eine Null-Prozent-Chance, dass die Falcon Heavy explodieren wird. Ja, er hat, äh, eigentlich hat er doch gesagt, sowas wie, ähm, eine, eine nicht, eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass das kaputt geht, ne? Ja, hat er nicht sowas von, äh, irgendwas hat er von Non-Zero oder Zero? Nee, 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 es ist, es ist eine sehr ordentliche, ist eine, ist eine durchaus große Chance, dass da was schief geht, deswegen sollte da halt nichts, äh, besonders teures sein, ähm, ähm, ne? Wie, wie irgendwelche Cluster-Satelliten im Wert von 400 Millionen Euro? Ja, ja, das ist, ähm, also dagegen ist so ein Tesla Roadster, äh, schon spotbillig. Ja, vor allem gebraucht, ne? Das ist ja ein gebrauchtes Fahrzeug. Ja, es ist ein Jahreswagen, also, im Grunde, im Grunde, es könnte man auch ein Opel nehmen. Äh, oder ein Renault, was ja die ESA gemacht hat. Ähm, die, nee, das war nicht die ESA, das waren die Franzosen. Achso, das waren die, genau, die Franzosen haben ja mal, äh, ein Renault auf, auf eine Rakete gebaut, aber die dann nie gestartet, leider. Genau. Das war die Diamant-Rakete. Oh, das war noch voll ESA. Ja, das ist, äh, das ist, äh, so, nachdem die Eldo gescheitert ist mit der Europa-Rakete, haben die Franzosen, äh, ihre eigene Rakete erst mal gebaut, um erst mal überhaupt eine zu haben, mit der man, mit der man Satelliten starten kann. Und das war die Diamant. Und, äh, irgendeine Version davon, äh, davon gibt's halt ein Bild, wo man obendrauf so ein Renault gepackt hat. Genau. Äh, fände ich, fand ich sehr schön. Ja, äh, im Grunde ist das schon, ist das schon die ganze Geschichte mit diesem, mit diesem Tesla Roadster. Also, äh, Elon hat das getwittert, die Presse stellt es bestätigt, dann dementiert und dann hat Elon nochmal bestätigt. Ja. Alle waren verwirrt, ähm, und, ähm, es bestätigt meine Annahme, dass man, dass man Elon Musk nichts glauben darf, bevor es nicht von, äh, SpaceX bestätigt wird. Also, ich, ich bin der Meinung, dass irgendwas nur noch das Maskottchen von SpaceX ist und nicht der. Ja, wieso? Nee, er hat es doch, er hat es doch vor langer Zeit schon gesagt, äh, dass er halt nach der, nach der, äh, Series Possible Payload sucht, ne? Also, nach irgendwas. Ist, ähm, was auch ganz interessant ist, ich hab einen Artikel gelesen, ähm, der sich die Frage gestellt hat, ich glaub's war auf The Verge, darf, darf man überhaupt ein Auto in den Weltraum starten? Ach, ja. Ähm, und, ähm. Oh, es zeigt, es zeigt, dass es ein, 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 äh, Bedarf an, an mehr Regulierung der, der privaten Raumfahrt braucht und irgend sowas. Genau, weil. Äh, ich glaube, da ist einfach bloß irgendwo so, da, da wurde irgendwie von, von irgendwelchen Leuten die semi-religiösen Gefühle verletzt. Ja, aber ich find da schon, ich find da schon, also, tu das mal nicht so ab, weil, äh, gut, es ist jetzt ein Auto, es ist jetzt kein Problem und, äh, äh, ja, haben wir auch nichts Böses vor, aber nachdem, also, es gibt ja, also, wenn du einen Rakete startest, musst du anmelden, irgendwie von der FCC musst du in den USA Erlaubnis bekommen für die Funkfrequenzen und alles und, äh, von der FAA natürlich auch, also von der Flugadministration und alles mögliche, aber sobald deine Payload die Rakete verlässt, also entkoppelt wird, hat da niemand mehr, äh, Jurisdiktion darüber, da kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja, aber das heißt schon mal, dass jemand, äh, reguliert hat, äh, was du überhaupt draufpacken darfst und, äh, ich muss sagen, solange wir das nicht irgendwie, äh, längere, ja, wenn du es von den USA, tonnenschwere, tonnenschwere Stücke aus, äh, äh, Stäbe aus, aus Wolfram sind oder so, Rods from God und so, äh, da geht das schon. Naja, aber stell dir mal vor, das wird jetzt aus internationalem Gewässer gestartet, also, zum Beispiel, äh, Sea Launch, mhm. Ja, aber es ist halt, es ist halt ein Tesla, es ist eine, es ist ein anderthalb Tonnen Stück Technik, was da gestartet wird und, äh, ja, also die, die Oberstufe alleine wiegt leer vier Tonnen, ne, wiegt so viel wie drei Teslas fast. Ja. Tesla Roadsters. Äh, Satelliten mit einem Gewicht von anderthalb Tonnen ist, ja, wird nicht, ist jetzt nichts Besonderes, überhaupt nicht, nicht im Ansatz, ähm, beschwert sich keiner, da ist giftiges Zeug drauf, noch und nöcher tonnenweise, äh, beschwert, hat sich noch nie jemand beschwert und jetzt wird ein ziemlich harmloser, äh, ziemlich harmloses Ding da gestartet und plötzlich reden alle Leute von Planetary Protection und sonst irgendwas. Naja, das mit der, ne, 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 also mit der Planetary Protection, das war schon vorher ein Thema. Das ist ja schon, das ist ja schon ein Thema. Ja, aber, aber, äh, aber ich meine, es, es kam dann so die Diskussion auf, ja, wieso muss, wieso, wieso startet man das Ding denn überhaupt, es tut ja gar nichts, äh, es ist ja völlig sinnlos. Ja, ne, aber das mit der Planetary Protection ist schon, ist schon wichtig, also, ja, ich hab, ich hab, ich werd mir auch, ich werd mir auch, also, äh, ein Teil, also, so, das Fazit meines Vertrags ist auch, also, was, also, es gibt ja den, den, äh, Weltraum, Outer, Outer Space Treaty, der ja sagt, kein Nationalstaat darf, äh, 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 darf, äh, darf, äh, irgendwie, ober, die Oberfläche des Mondes für sich beanspruchen, Aber was ist jetzt, wenn jetzt die Firma sagt, äh, hier, das ist Firmengelände, hier, dieser Mond grad hat? Das ist, ja, klar, äh, aber das ist was, das ist was völlig anderes. Ja, aber das ist ja, ist ja, spielt ja, also, das hat ja alles mit diesem Commercial, äh, Private Commercial Spaceflight zu tun. Ja, aber in dem Fall ist es halt einfach bloß die, im Prinzip wurde, wurde da wirklich einfach bloß dadurch, dass es halt ein Auto ist und kein Satellit, äh, wurden jetzt plötzlich irgendwelche, irgendwelche Maßstäbe plötzlich angelegt, die für keinen Satelliten gelten würden. Ja. Also, hätten die jetzt gesagt, ja, wir, wir, wir haben hier eine, wir haben hier irgendeine Raumsonde zusammengestöpselt und, äh, packen die jetzt einfach mal da hoch, äh, hätte sich, also, es hätte keine Probleme gegeben, überhaupt nicht. Ne, und jetzt plötzlich kommen hier Diskussionen auf, ja, was passiert, wenn das Ding wieder zurück zur Erde stürzt? Na, verglüht halt. Ja, also, so wie, so wie jedes andere Ding, aber weil es halt ein Auto ist, äh, 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 wird da plötzlich ein riesen Aufriss drum gemacht. Ja, ich merke, da bist du ein bisschen empfindlich grad. Ja, ich bin da ein bisschen empfindlich grad, weil da halt mit zwei, drei Maßstäben gemessen wird und da bin ich immer empfindlich. Ja. Äh, ja, sorry, das ist so ein bisschen, also, das, nee, also. Gehen wir mal weiter, gehen wir mal weiter. Ja, ähm, genau. Wir wollten eigentlich noch über, über die, äh, Zuma-Payload sprechen, aber es gibt einfach, also, die wurde ja verschoben, weil sie irgendwie Probleme hatten, äh, das ist ja diese super, super geheime Payload, äh, die, äh, SpaceX starten soll für die Air Force. Glaube ich. Ähm, die wurde jetzt ja mehrfach verschoben. Nee, Lockheed Martin. Ah, Lockheed Martin, aber halt super geheim. Und, ähm, äh, ihr findet ja jetzt erst im Januar statt auch. Und, ähm, es gibt einfach keine gescheiten Artikel dazu, weil niemand genau weiß, was jetzt das Problem ist, weil sie halt nicht darüber reden wollen. Ja, es heißt einfach nur irgendwie die, die Nutzlastverkleidung, äh, hat ein Problem. Man hat das Problem wohl behoben, äh, und das war's. Ähm, gleichzeitig übrigens, äh, es gibt auch ein Problem mit der, mit der Rakete, die den, die jetzt CRS-13, glaube ich, standen soll. Ja, genau, aber das ist irgendwie, da waren irgendwie Fremdobjekte in der Gasleitung. Ja, da hat man irgendwie, ja, da hat man irgendwas in der, in der, äh, Treibstoffleitung gefunden, das man da nicht haben wollte. Und, äh, jetzt muss das Ding wieder inspiziert werden. Genau, und ich glaub, nicht vorher als der 15., also diesen Freitag. Ähm, und, äh, auch eine Meldung aus dem SpaceX-Universum. Dass, äh, der Launch-Komplex 40 wurde repariert. Das ist ja die, äh, die Startplattform, auf der letztes Jahr der AMO-6-Satellit, äh, sein Ende fand. Und, ähm, ja, den haben sie jetzt sozusagen, äh, ist jetzt fertig repariert worden. Und, ähm, die Sache ist ja die, äh, SpaceX hat ja, äh, in Cape Canaveral zwei Startplätze, nämlich, äh, Launch-Komplex 40 und 39. Und 39 sollte ja konvertiert werden zu, also, das Launchpad muss umgebaut werden, damit da die Falcon Heavy drauf starten kann. Und bevor AMO-6 oder die Rakete mit AMO-6 explodiert ist, war der Plan, dass sie Launch-Komplex 39 komplett zumachen für den Umbau. Und, äh, ihre normalen Falcon 9 Raketen von Launch-Komplex 40 starten. Und das ging jetzt ja nicht, weil Launch-Komplex 40, ja, zerstört war. Ja, und, ähm, jetzt hieß es im Sommer noch, dass sie, ähm, dass sie, äh, dass das Problem bei der, also, dass die Falcon Heavy kann erst starten, wenn, äh, Launch-Komplex 40 repariert wird, damit man dort die Falcon 9 starten kann, damit man Launch-Komplex 39 umbauen kann. Ähm, aber wie du mich jetzt im Folgespräch informiert hast, haben sie das nämlich anders gemacht, nämlich, sie haben weiterhin von LC 39, äh, Raketen gestartet und immer zwischendurch, äh, umgebaut. Genau, alles, was, alles, was irgendwie ging, haben sie gemacht. Und, äh, äh, haben damit praktisch die, die Zeit reduziert, diese, dieses dann irgendwann mal richtig schließen müssen. Und, äh, ja, auf die Art und Weise wäre man dann irgendwann da hingekommen, aber, äh, gab ja jetzt andere Probleme mit den Raketen und die, äh, hatten jetzt erst mal Vorrang. Tja, ähm, was ich irgendwo gelesen hatte, ich hab, ich hab den Artikel nicht mehr da und ich, äh, weiß auch nicht mehr, wo das war. Äh, äh, war, dass das eigentlich ziemlich gut war für, äh, für SpaceX, weil die haben jetzt das, äh, Launchpad 40, äh, nicht einfach nur neu wieder aufgebaut, so wie es war, sondern die haben das auch gleichzeitig verbessert, so, dass, äh, so dass eine höhere Startfrequenz möglich ist. Also, so, dass halt die, äh, dass man öfter, äh, Triebwerke testen kann, dass man nicht ständig neu reparieren muss und, also hier diesen Flame-Trench, also, äh, 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 ja, der, wie heißt das Ding? Dieser Graben, wo die, wo die Abgase von den Triebwerken halt abgeleitet werden. Ja, äh, Flammenkanal. Ja, weiß nicht, irgend so was. Äh, geht jedenfalls, geht ja jedes Mal so ein kleines bisschen kaputt und man hat das Ding jetzt etwas besser, äh, etwas besser ausgebaut, äh, sodass es mehr aushält. Ja. Jo. Und, äh, ja, man ist damit eigentlich jetzt sehr zufrieden, weil man dann hofft, in den nächsten Jahren eine höhere Startfrequenz als geplant zu haben. Genau, ähm, es waren ja dieses Jahr schon gut dabei und bis jetzt ist ja auch noch nichts, äh, äh, explodiert, äh, bis halt das eine Triebwerk, aber das hing ja nicht an der Rakete. Ähm, also, klopp auf Holz, sie haben ja noch eine Chance, eine Rakete zu schrotten. Äh, sie haben noch zwei Chancen. Wieso? Ach nee, Summa, Summa ist ja nächstes Jahr. Summa ist erst Januar. Ähm, also, äh, unfallfrei seit, äh, seit, äh, seit 2016. Ähm, und, äh, haben schon eine ziemlich hohe Kadenz jetzt hingelegt dieses Jahr und wollen, glaube ich, nächstes Jahr verdoppeln. Ja. Ach nee, Iridium Next kommt noch, aber das ist Wendenburg. Okay. Ja, aber was, ja, das ist aber trotzdem. 23. 23. Dezember. Oh, ja, gut zu Weihnachten. Sehr schön. Ähm, ja, also, SpaceX, äh, macht Dinge, äh, wenig verwunderlich und, ähm, vielleicht willst du, willst du, über was willst du jetzt als nächstes reden? SpaceX hat Dinge getan, äh, 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 es gibt ja noch die, ach, okay, Trump, ach Gottchen. Nee, wollen wir nicht erst Blue Origin machen? Blue Origin? Das dauert ja nicht lange. Blue Origin, ach so, ja, die, äh, äh, die Rakete, über die man am besten auf Englisch, äh, äh, redet, weil dann kann man sagen, dass sie, äh, äh, es wurde erected on the Loungepad. Das, dieses Wortspiel kann man ja auf Deutsch leider nicht machen. Ähm, ja, die New Shepard ist wieder mal geflogen, ähm, äh, mit der, äh, Crew Capsule 2.0, also der neuen Kapsel. Muss ich sagen, das erste Mal seit 14 Monaten. Das erste Mal seit 14 Monaten, ja, ist, äh, halt das letzte Mal irgendwann im Herbst, äh, letztes Jahr geflogen. Ähm, wahrscheinlich, äh, ich, ich schätze mal, die brauchen einfach genau so lange, um so eine neue New Shepard Rakete zu bauen. Äh, die brauchen einfach ziemlich lange dafür. Ja, also das ist, ähm. Ähm, das ist ja erst die dritte, ne? Ist ja interessant, ich find das interessant, ich, äh, also, äh, ich, äh, Blue Origin ist ja zwei Jahre älter als SpaceX, aber die haben halt nicht den Druck, dass sie jetzt irgendwann demnächst grüne Zahlen schreiben müssen, oder schwarze Zahlen schreiben müssen, weil, ähm, die einfach den reichsten Mann der Welt als Chef haben. Ja, genau. Das ist so, ja, wir haben das Geld. Äh, ne, genauso wie, äh, Virgin Galactics sich halt nicht genötigt gefühlt hat, äh, nach diversen tödlichen Unfällen, äh, den, den Testbetrieb einzustellen, weil Richard Branson hat das Geld. Und wenn der nicht will, dann hören die auch nicht auf. Ja. Äh, ja, was natürlich irgendwie alles verzerrt wäre, das heißt, dass, äh, letzten Endes technische Konzepte, die eigentlich vielleicht nicht so schlau sind, äh, äh, nicht vom Markt verschwinden, einfach bloß, weil man halt irgendwie starkköpfige alte Männer hat, die zu viel Geld haben, die dahinterstehen. Bisschen schade ist das, ne? Ja. Ähm, genau, Blue Origin hat die New Shepard gestartet und hatte auch einen Passagier. Genau, Mannequin Spacewalker, äh. Nicht Mannequin Skywalker? Nein, äh, 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 der, wieso, wieso hab ich dort Spacewalker reingeschrieben? Ja, du hast vollkommen recht, Skywalker. Ja, Mannequin Skywalker. Ich hab Spacewalker hingeschrieben, ich hab abgeschrieben, was ich geschrieben habe, äh, ich war da wohl geistesabwesend. Genau, also die, die, die Puppe hieß Mannequin Sky, äh, äh, Space, äh, jetzt hast du mich selber verwirrt, Mannequin Skywalker, äh, wahrscheinlich ab der Chance von schweren Verbrennungen bei Landung. Keine Ahnung. Äh, äh, möglich ist es. Ähm, ja, es waren wohl auch noch ein paar andere, äh, Experimente an Bord, äh, Freiflugexperimente von Nanorex, äh, haben aber, gibt keine Details dazu. Ja, ich glaub, die waren schon auch bei anderen, ähm, das waren auch so, ich glaub, bei, bei, ähm, ähm, äh, ich glaub, beim ersten Blue Origin Flug waren dann auch so sehr interessante, so Studenten-Experimente dabei, die einfach so. Genau. Wie, wie, wie verhält sich einfach Dreck im, im, ich glaub, das Experiment hier ist sogar boring, ähm, äh, wie, wie verhält sich Dreck im, in der Schwerelosigkeit? Das war ganz spannend. Also, es waren coole kleine Experimente. Ja, die haben dort halt auch ein bisschen mehr Zeit, äh, die haben genauso viel Zeit wie auf normalen Höhenforschungs, äh, Raketen. Na, eigentlich weniger, also, äh, es gibt ja so Mikro, Mikro-Kravitations-Experimente auch einfach auf Höhenforschungsraketen. Äh, die fliegen allerdings teilweise sehr viel höher als nur 100 Kilometer. Und, äh, ja, dafür ist dort sehr viel weniger Platz drin. Also, äh, das muss man einfach sagen, in der Kapsel ist richtig viel Platz. Die hat auch richtig große Fenster. The biggest, äh, windows to space. Ja, ja, ähm. Heißt das, äh, offiziell? Ja, ne, stimmt doch, die sind ziemlich groß. Ja, die sind groß. Ja, äh, und, naja. Ein Tourischiff, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Ja, ich, ich hab, ich hab ja auch, äh, in meiner, in meiner News-Meldung heute früh geschrieben, äh, Touristenrakete, ne? Mhm. Und, äh, ja, im Prinzip ist es das, ne? Ja. Ähm, klar, äh, das Ding muss, äh, Vakuum aussalten können. Weil, äh, du hast da oben nicht mehr viel Luft. So, jenseits von 8, 9 Kilometern wird's dann schon langsam sehr, sehr dünn. Und bei 100 Kilometern erst recht. Ähm, also, das muss es können. Aber was es nicht abkönnen muss, ist, äh, die gleiche Hilzebelastung, die du bei normalen Cups erhast. Ähm, weil, äh, beim Wiedereintritt erreicht das Ding Mach 3,74, glaube ich, äh, als maximale, äh, Beschleunigung. Und beim Start sind's Mach 3. Und beim normalen Wiedereintritt bist du halt bei Mach 28 dabei. Ne, das ist, das sind andere, andere Größenordnungen. Äh, völlig andere Größenordnungen. Und, äh, ja. Also, so richtig viel muss das Ding nicht aushalten. Äh, landet recht sanft. Äh, nach Art deusorius allerdings, äh, halt langsamer. Ich glaub, die können dann, die können dort einfach größere, äh, größere Fallschirme verbauen im Vergleich zur, zur Kapsel. Glaub ich, weiß ich nicht. Äh, irgendwie kriegen die es jedenfalls hin, dass die, Aufprallgeschwindigkeit, äh, bei 1,6 kmh liegt. Also, äh, so gut wie nix. Ja. Und die New Shepard, naja, äh, ist halt, ist halt, äh, im Vergleich zur, im Vergleich zur Falcon 9, äh, Erststufe, äh, ja, vollkommen überbaut. Weil, ja, das Ding muss halt nicht viel, muss halt nicht viel leisten, ne. Äh, dreifache Schallgeschwindigkeit. Ähm, und kommt dann halt recht langsam. Runter, kann dann, äh, ganz lässig erst mal über dem Landepad schweben und dann langsam sich absenken. Äh, den Luxus hat SpaceX echt nicht. Äh, aber die haben ja schon, wenn sie, wenn sie zurückkehren müssen, erreichen die schon Mach 6. Und, äh, dann kommt halt dieses ganze Manöver mit nochmal neu zünden, also Raketentriebwerke nochmal neu zünden, äh, damit man zurück zum Startplatz kommt. Was ja Blue Origin mit der New Shepard nicht braucht. Äh, der ganze Kram kommt halt alles noch dazu und da haben die schon die doppelte Geschwindigkeit. Und, äh, 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 ja, bei der Landung auf der, mhm, also im Meer, auf dem, auf dem Drohnenschiff, ja, dann erreicht sie auch mal mehr als achtfache Schallgeschwindigkeit. Also, das ist eine, ist eine völlig andere, das sind völlig andere Größenordnungen, äh, was die technische Leistung angeht. Aber hübsche Touristenrakete und, äh, langsam aber sicher mit, äh, vielen Jahren Verspätung gibt's dann wohl auch bald mal Touristenflüge ins Weltraum. In, in, ins Weltall, also, was halt, äh, schon seit Ewigkeiten angekündigt wurde, seit der Ansari X-Prize, äh, 2004 vergeben wurde. Wir erinnern uns, Spaceship One, äh, äh, ja, ja, ancient history und so. Ja, ja, es, 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 es ist, es ist uralt und damals war so eine Aufbruchsstimmung. Ja, nur ein paar Jahre und dann, und dann können ja auch Touristen fliegen und, ja, es ist jetzt, es sind jetzt 14 Jahre fast. Also, nächstes Jahr sind's 14 Jahre und, äh, so schnell wird da auch kein Mensch mit fliegen, ne? Also, ja, okay, ähm, kleine Rakete. Äh, es gab einen Vortrag von, von dem Chef von Vector Space Systems, äh, wo ich mich sehr herzlich drüber amüsiert hatte, äh, weil er da was gesagt hatte. Ja, wir haben unsere Rakete auf eine suborbitale Höhe geschossen, knapp drei Kilometer. Ah ja, das war das, äh, wo ich dann kommentiert hab, ja, also im Grunde, wenn du hüpfst, bist du auch schon suborbital. Ja, ja, klar. Also, äh, ich hab kein Problem damit, dass, äh, das Blue Origin sagt, okay, wir sind suborbital mit 100 Kilometern Höhe, so knapp Weltraum. Okay, ja, fein, äh, kann man so sagen. Es ist zwar, okay, in dem Fall, äh, der, der Flug kam nicht in Weltraum, äh, kam nicht ins Weltall. Äh, waren nur 98 Kilometer, glaub ich, oder 99. Also nicht ganz 100. Ähm, aber, äh, das ist schon noch berechtigt, ne? Äh, aber bei drei Kilometern Flughöhe von einer suborbital, äh, Trajectory zu reden, ist doch gewagt. Äh, äh, und dann hieß es, ja, wir, wir mussten die Rakete aus dem Dschungel herausholen. Junge, der Dschungel ist der ganz normale Wald, der Forst, besser gesagt, weil es halt so bewirtschafteter Wald halt so, ja, zur Holzgewinnung, äh, im Umland von, von, äh, dem Camden Spaceport, wie er heißt, äh, äh, ja, wo das Ding halt gelandet ist, ein paar 100 Meter weiter oder so. Die meinten, es hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, das Ding zu finden. Ja, gut. Also, ja, äh, das, das, das war eher lächerlich, äh, war ein Vortrag über New Space, ja. Ja, vielleicht kann ich mir da ein, das ein oder andere abgucken. Äh, absolut, mach das mal, äh, das lohnt sich. Äh, es, es ist sehr symptomatisch, der Typ. Ja, 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 das ist ja die große Frage, ob wir auf, auf eine schöne Blase zusteuern, beziehungsweise schon mittendrin sind. Äh, also. Hast du denn schon, hast du schon in Bitcoin investiert? Dein ganzes Vermögen in Bitcoins angelegt? Das hab ich, das hab ich, äh, von Anfang an nicht gemacht. Ich hab gehört, auch Ethercoins geht grad schön durch die Decke. Und Litecoin. Ja, ah, ja, also die sind halt, äh, seit die jetzt anderen Nasdaq sind, also, äh, ich sag ja, also, ist, ich, 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 ich schließe es nicht aus, dass Bitcoin noch auf eine Million Dollar kommt und dann, äh, so eine, so eine Subprime Mortgage Creaser, äh, äh, mit auslöst oder was in der Größenordnung. Also, das ist, also, das Interessante ist ja, ähm, also, ich wette, das, das System wird irgendwann crashen, wenn einfach irgend so ein Typ, so ein, so ein Bitcoin-Milliardär, also, zum Beispiel die Winkelwurst-Zwillinge, einfach entscheidend, ich, ich mach mal mal ganz, mal alle meine Bitcoins zu Geld. Und dann stürzt der Preis wieder auf, auf, äh, 100, 100 Dollar für einen Bitcoin ab. Also, ich, äh, ich empfehle dafür ein Buch, äh, Moment, ich, ich schick dir nachher den Ding. The War Before the War? Nein, nein, The Storm Before the Storm, von Mike Duncan, äh, bestellen sie jetzt sofort, wie oft hat er das gesagt. Hast du mal, hast du mal Mike Duncan angeschrieben, ob er dir ein Rezessionsexplot schickt? Äh, ich hab mir eins gekauft. Ah ja, aber ich hab noch eins. Ich hab mir das Ding gekauft. Äh, nein, äh, dieses Buch ausnahmsweise mal nicht, äh, das ist, da, äh, da kommen wir nachher bei Trump nochmal zurück. Ähm, nee, äh, ich meine die Memoirs of Extraordinary. Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds, von einem Herrn McKay, äh, veröffentlicht, glaube ich, im Jahr 1848 oder so. Äh, womit wir wieder bei Mike Duncan sind, der natürlich in seinem Revolutions-Podcast gerade die Revolution von 1948, äh, hat. Äh, irgendwie so Mitte 19. Jahrhundert kam dieses Buch raus. Und, äh, die ersten drei Kapitel, äh, sind sehr empfehlenswert. Da geht's nämlich, äh, im dritten Kapitel geht's um die Tulpenkrise von, äh, von Holland, äh, 16. Jahrhundert. Und, äh, im ersten Kapitel geht's um die, um das Mississippi Scheme. Äh, und im zweiten Kapitel um die, äh, South Sea Bubble. Was, äh, die South Sea Bubble war der Ursprung von dem Wort Bubble. Für Wirtschaftsblasen. Aha. Äh, aus gutem Grund. Das Ganze war alles sehr verrückt. Ich kann das nur sehr empfehlen. Also, South Sea Bubble. Kann man auch einfach mal googeln. Ähm, äh, Mississippi Scheme genauso. Ähm, äh, im Prinzip ist das alles gewachsen auf den, äh, aus den Ideen von einem gewissen John Law, äh, dessen Bild ich vertwittert habe. Äh, falls dir aufgefallen ist. Ist dir das aufgefallen? Äh, nicht. Äh, ein Bild, ich hatte es kommentiert mit, äh, was hat er alles gehabt? Stöckel, Schuhe, Haut, Engelhofen. Ah ja, das hab ich gesehen. Ein Rock, ein Rock, äh, 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 eine Perücke mit Dauerwelle und ganz klar ein Frauenheld. Frauenheld, 18. Jahrhundert, frühes 18. Jahrhundert halt, ne? Äh, ja, also, eigentlich eine traurige Geschichte. Der ist der Sohn von einem, äh, Goldschmied und Banker gewesen. Und im Alter von 17 Jahren ist, äh, äh, ja, sein Vater gestorben. Und dann ist er halt, ja, reich wie er war, ist er nach London abgehauen und, äh, hat dann halt, äh, ist halt, ja, er war auch recht schlau, hat viel Glücksspiel gemacht. Hat beim Glücksspiel, äh, auf der einen Seite ist er sehr schlau gewesen, weil er halt die ganzen Wahrscheinlichkeiten berechnet hat. Auf der anderen Seite ist er recht dumm gewesen, weil er halt, äh, jede Menge Vermögen sowohl gewonnen als auch verloren wieder hat. Äh, ist dann irgendwann in ein Duell verwickelt worden und hat jemanden erschossen dabei und, äh, war dann in England nicht mehr wohl gelitten. Ist dann in ganz Europa unterwegs gewesen, in diversen Spielhallen, Banken und sonst was. Äh, also war dann sehr gut, sehr gut vernetzt. Und, äh, ja, ist dann irgendwann in den französischen Staat gekommen, als der nämlich völlig pleite war. Und hat dann die tolle Idee gehabt, hey, äh, wir können hier was machen. Äh, wir geben Schuldscheine aus, auf, äh, die gedeckt sind mit, äh, mit dem Gold. Genau, die sind gedeckt mit der Goldwährung, die man halt hatte in Frankreich. Und das lief alles so gut, äh, bis der König, was damals irgendwie der, äh, der Regent für Ludwig XV. war, der damals noch ein Kind war. Es war kurz nach dem Tod von Ludwig XIV. Und, ja, klar war da Frankreich gerade pleite, ne, nach Sonnenkönig und Co. Ähm, und, äh, das lief alles so lange gut, bis der König, der dann halt die Idee hatte, hey, wir können doch einfach noch viel mehr so eine Scheine drücken. Einfach drucken, ne? Sind ja genauso viel wert wie Gold, aber irgendwann waren die halt nicht mehr gedeckt. Und, äh, ja, das hat dann irgendwann ausgeartet. Äh, gleichzeitig hatte man die Idee gehabt, dass man, äh, Aktien verkauft für die, äh, Mississippi Company. Äh, ich meine, Frankreich hatte ja mal Kolonialgebiete an Mississippi, deswegen ist New Orleans, äh, heißt New Orleans, New Orleans, ne? Äh, das neue Orléans. Ähm. Und, äh, hat dann halt den Leuten versprochen, ja, da ist jede Menge Gold und sonst irgendwas. Und, äh, die Aktien von dem Ding sind natürlich durch die Decke gegangen. Äh, und da gab's dann, äh, jede Menge Szenen, äh, wo halt Leute sich, äh, gegenseitig totgetrampelt haben, wegen, äh, irgendwelchen Aktiengeschäften und sonst irgendwas. Äh, war ein totaler Wahnsinn. Und, äh, in England lief sowas ähnliches genau zur gleichen Zeit ab, äh, wo halt, äh, diese South Sea Company, äh, versprochen hat, ja, wir können jetzt mit, äh, Südfrankreich handeln. Und, äh, die Spanier haben uns hoch und heilig versprochen, wir können jetzt, wir haben jetzt bald freien Handeln mit den spanischen Kolonien. Bloß die Spanier wussten davon nichts. Äh, äh, ja, ne, und auf die, äh, da gab's dann halt dann auch so diese, diese South Sea Company, äh, mit Aktien, die entsprechend durch die Decke gingen und jede Menge andere, also irgendwie, da, da sind so die Dämme gebrochen, weil halt völlig klar war, äh, da ist, einfach, da steht nichts dahinter. Und so der Gipfel war dann, als jemand vorgeschlagen hat, äh, oh, verdammt, krieg ich das jetzt nochmal hin, äh, wo jemand gesagt hat, an extremely profitable venture, nobody to know what it is. Ja, also hat, hat jemand gesagt, ja, investieren Sie hier, äh, es ist extrem profitabel, äh, niemand darf wissen, worum es geht. Ne, und hat halt gesagt, äh, äh, ja, äh, ich gebe Aktien aus, die 100 Pfund wert sind, äh, und nach einem Jahr gibt's 200 Pfund zurück, gibt's irgendwie, nee, jeden Monat gibt's nochmal 100 Pfund zurück. Ne, also du, du investierst 100 Pfund und kriegst dann jeden Monat 100 Pfund. Ja. Ist ja super, ne? Und hat gesagt, ja, äh, bitte kaufen Sie die Aktien, äh, bitte vorbestellen Sie die, die Aktien jetzt gleich, äh, für den lächerlichen Preis von 2 Pfund. Das haben ein paar Tausend, dann wurden ein paar Tausend Aktien gekauft, äh, der hat, äh, irgendwie 10.000 Pfund oder was in der Größenordnung, 5.000 Pfund, äh, an, an Einnahmen gehabt. Zu einer Zeit, als das richtig, richtig, richtig viel Geld wert war, also, äh, so Jahresgehälter bewegten sich so, bei ein paar Pfund für einfache Leute, ne? Und, äh, der wurde nicht wieder gesehen. Ja, also, das war eine total verrückte Zeit damals, äh, also, äh, sehr zu empfehlen. MbK, äh, ich, ich, ich kenne den Vornamen von dem Typen nicht, äh, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds, äh, guckt einfach bei uns auf der Seite, äh, wird verlinkt. Okay. Als, äh, kostenlos zu lesendes E-Book. Wenn du es mir in die Schornitz schreibst. Projekt Gutenberg, ja, ich, ich bin gerade dabei. Ja. Hören Sie jetzt live, wie Frank die Schornitz schreibt. Fertig. Gut, ähm, dann, äh, ähm, wenn du, wenn du, äh, außer Gefecht gesetzt bist, rede ich ganz kurz über Arecebo. Ähm, das war ja auch, äh, goldene Überlentungsbrücke, war ja auch außer Gefecht gesetzt, äh, nachdem, äh, Hurricane, ach Gott, ich hab vergessen, welches war. Irma. Irma. Irma, oder? Das ist ganz spannend. Das ist, es war ja dann nicht klar, ob das Arecebo überhaupt nochmal wieder eröffnet wird oder jetzt einfach eingestellt wird, äh, weil, ähm, die National Science Foundation, die das Arecebo betreibt, ist ja, äh, wie immer in akuter Geldnot und es wurde schon öfters kontempliert, ob man Arecebo zumacht und, äh, die Beschädigung des Ganzen und des Hurricanes war jetzt auch wieder eine gute Gelegenheit, um das mal zu überlegen und es, äh, es war tatsächlich, äh, in der Schwebe, ob Arecebo je wieder, äh, in Betrieb genommen wird und, ähm, am 1. Dezember fiel da eine Entscheidung, dass Arecebo weiter betrieben wird, da waren sehr viele Leute auch sehr glücklich, also, wenn man sich da die Tweets zu dem Thema anschaut, ähm, da ist vielen Leuten ein Stein vom Herzen gefallen und am 12. Dezember hat dann Arecebo seit, äh, seit dem Hurricane die erste Beobachtung gemacht, nämlich den Asteroiden 2007 AG, äh, in der Größe 200, äh, 300 Meter und der wird am 26. Dezember mit einer Entfernung von 0,56 astronomischen Einheiten an der Erde vorbeifliegen. Das war die ganze Meldung. Oh, cool. 0,56 Astronomischen Einheiten, ich dachte, das Ding hätte Nervflieg. Äh, ich, da muss ich mal, ich, ich guck mir das mal an, ich bin jetzt bloß gerade etwas verwirrt. Wieso? Egal. Äh, nee, weil ich gedacht hätte, die, die Auflösung reicht nicht, um den, um da was Sinnvolles zu machen in der Entfernung. Jetzt haben sie ja nur gemessen, dass er da ist, also. Ah, so. Die haben, die haben, die haben, die haben keine, keine Bilder gemacht. Nein, keine Bilder. Es war nur, es war nur eine, war so ein Ausschlag auf so einer Kurve. Ah, okay, alles klar, alles klar. Gut, 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 dann, dann ist alles gut. Ähm, nee, ich hatte ja mal, äh, äh, der, der Havijanisch benannte interstellare Asteroid, da hatte ich mal ausgerechnet, ähm, äh, ja, dass der praktisch nicht aufgelöst werden kann von Arecibo. Ja. Also auch unter den günstigsten, günstigsten Voraussetzungen nicht. Ähm, es gibt übrigens von Arecibo tolle Bilder von, von, äh, Merkur, äh, mit einer Auflösung von sowas wie anderthalb Kilometern. Mhm. Also Radar, äh, Radarbeobachtungen auf dem Merkur mit seiner Auflösung. Es ist schon, es ist schon geil. Ja. Ähm, das war, das war die ganze Meldung, also, äh, Arecibo funktioniert und es wird auch weiter betrieben. Also das wusste ich gar nicht, dass das so in der Schwebe hing, aber, ja, gut, gut, dass es, dass es passiert ist. Ich wusste, dass es schon länger in der Schwebe immer mal hing und ich war mir halt, es war mir sofort klar, okay, das, das könnte ein Problem sein, aber ich hatte von den ganz konkreten Querellen jetzt nicht viel mitbekommen. Ja, ähm, dann. Ja, machen wir noch schnell Rocket Labs. Ja. Weil, das, das nervt mich jetzt etwas, die haben jetzt gefälligst zu starten, verdammt noch mal. Rocket Labs hat Franks Schlafrhythmus, äh, vollends zerstört. Ja, sowohl die als auch Blue Origin. Also, äh, Rocket Labs, äh, fliegt ja die Elektron-Rakete aus Neuseeland, ist ja the fellowship of the electron, ähm, äh, und die wollen jetzt ihren zweiten, ihre zweite Rakete, ihre zweite Testrakete starten. Und das schon seit, äh, das schon zum dritten Mal, äh, der erste Startversuch wurde, glaub ich, wegen Wetter abgebrochen. Ja. Und, äh, weil sie so ein kleines Zeitfenster hatten und, äh, weil sie so ein kleines Zeitfenster hatten und der zweite Startversuch wurde tatsächlich eine Sekunde nach Triebwerkszündung, äh, vom Computer abgebrochen. Ja. Grund war übrigens, äh, die Temperatur, also, oder hast du das recherchiert? Nein, nein, sag doch. Okay, der Grund war, äh, dass, dass die, die Temperatur des flüssigen Sauerstoffs zu hoch war. Ah, okay. Äh, es war einfach, es war schlichtweg zu warm, äh, und, äh. Das ist in Neuseeland. Das kann man, ja, ist der Sommer. Stimmt, da ist der Sommer. Ja. Nicht vergessen. Ja. Äh, äh, ja, äh, war wahrscheinlich einfach bloß, ja, Unerfahrenheit letzten Endes, äh, weil das kann man ausgleichen, indem man öfters mal das Ventil öffnet und ein bisschen Sauerstoff verdampfen lässt, weil dann die, die Verdampfungswärme kühlt dann den Rest des Sauerstoffs wieder ab, muss man dann halt wieder ein bisschen nachfüllen. Aber dafür hat man diese, diese Ampel-Blickhills, äh, diese, äh, ja, Treibstoffleitungen halt. Und der dritte Startversuch soll jetzt heute Nacht stattfinden. Du wirst wieder wach bleiben? Äh, 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 nicht wirklich. Ich hab morgen früh um zehn, äh, einen Termin in der Redaktion, äh, also nein. Nee, wahrscheinlich nicht, äh, es sei denn unfreiwillig. Ich, wie gesagt, es ist alles etwas, alles etwas merkwürdig mit meinem Schlafrhythmus heutzutage gerade mal wieder. Das ist, ach, so ein Mist. Ja, ähm, gut. Ja, ich würde noch sagen, was drauf ist auf der Rakette. Äh, okay, ja, ja, auf der Rakette. Also auf der Rakette sind zwei Lemur-Satelliten von Spire, das sind so Wetterbeobachtungssatelliten und ein, äh, Darth, Dove-Satellit, ähm, also ein Taubensatellit, Darth von Planet, die wir ja, äh, kennen und schätzen. Ähm, an der Stelle verweise ich noch gerne an Our, äh, Planet Money, das ist ja dieser, dieser, ähm, Wirtschaftspodcast von NPA. Und die hatten jetzt eine Reihe, wo sie tatsächlich mal so einen Satelliten von Planet adoptiert haben, mehr oder weniger. Ja, die durften sich auch aussuchen, wie der bemalt wird, weil jeder von diesen Satelliten wird, kriegt eine eigene Bemalung. Ja, genau. Und, ähm, haben anhand des Beispiels mal so gezeigt, wie so, äh, private, kommerzielle Raumfahrt funktioniert. Das ist eine sehr interessante Reihe, das sind so, glaube ich, so vier, zwanzig Minuten Podcasts. Ja, ich hab mich ein bisschen aufgeregt. Hab ich gehört. Witz erzählen. Äh, ja, die haben halt, äh, die letzten Endes, äh, haben sie den, den Start mit der Minotaur-C-Rakete, äh, äh, verfolgt. Und die haben sie dann als den Volvo, äh, der Raumfahrt bezeichnet. Ich erinnere mich, ja. Und hat die Minotaur-C-Rakete, äh, die Geschichte, dass sie jetzt erst seit neuestem so heißt, weil ursprünglich war es ja die Taurus-XL-Rakete. Und der hat man den Namen aberkannt, äh, nachdem sie bei neun Starts dreimal versagt hat. Wenn das der Volvo der Raumfahrt ist, dann will ich nicht den Fiat der Raumfahrt kennen. Also, ähm, ja. Ja, das war, das war nicht angebracht. Einfach überhaupt nicht. Also, da hat man, da hat man dann die journalistische Distanz dann doch, äh, sehr vermissen lassen. Ja. Ja, aber trotzdem, also so, abgesehen davon, äh, was ist ein sehr interessantes Podcast-Projekt? Also, musst du ja auch wahrscheinlich zugeben, dass, dass das schon sehr lehrreich war. Ja, es war, es war interessant, aber trotzdem, also, äh, da, da muss man doch sagen, okay, äh, ihr habt ja nicht die, die journalistische Distanz gehabt, die ihr eigentlich hättet haben müssen. Äh, weil. Ja, ist die Frage, inwiefern man überhaupt journalistische Distanz haben kann, wenn man sich da so eng mit einer Firma verbindet. Ja, aber halt, wie gesagt, irgendwie, irgendwie so wenigstens, halt, dass man es jetzt nicht, dass man es nicht komplett in die, ins Gegenteil verkehrt, ne, was man ja hier gemacht hat. Mhm. Weil, ich meine, es ist eine Rakete, die den Namen nicht mehr hat, weil sie so oft abgestürzt ist. Da kann man dann nicht sagen, okay, es ist der Volvo, der Raumfahrt. Nein, ist es nicht. Sondern der, was weiß ich, also, wie gesagt, wahrscheinlich, ich meine, die hatten halt zweimal das gleiche Problem gehabt und, äh, wahrscheinlich haben sie das jetzt auch behoben und zwar langfristig behoben, aber, äh, es ist halt trotzdem, wie es ist, ne. Ja. Ah, jo, okay, äh, wir haben nachher noch ein Essensthema, äh, ich finde, das ist ein schöner, ein schöner Ausschmeißer, deswegen jetzt nochmal ein unangenehmes Thema. Ähm, Trump, was soll man sagen? Trump hat, äh, Trump hat, äh, Trump hat eine Rede gehalten, äh, er hat eine Rede gehalten, ähm, ich hab sie auf Deutsch übersetzt, äh, die kann man auf Golem nachlesen, äh, ich, ich müsste, ich, ich muss schon wieder suchen, ähm. Sie steht auf Golem auf jeden Fall. Sie steht auf Golem, äh, könnt ihr euch in der deutschen Übersetzung nachlesen, ey. Auf, auf Deutsch ist das noch halbwegs erträglich irgendwie, vor allen Dingen in gedruckter Form, äh, und vor allen Dingen, weil der größte Teil der Rede, äh, äh, ja, nicht vorgetragen, sondern, also, abgelesen war, ne. Ähm, man sieht dann auch sofort, welche Rede nicht abgelesen waren. Ähm, aber erstaunlich fand ich weniger das, was Trump gesagt hat. Äh, äh, okay, klar, der, der hat mal wieder hier, äh, ähm, irgendwas, der hat ja eine, eine Passage gehabt, äh, offensichtlich alles tun müssen. Ach ja, hier, genau, äh, der Pioniergäst, ach nee, scheiße, ich hab hier, verdammt, äh, ich hab eine Version, wo ich, äh, wo ich das Ding nicht nur übersetzt, sondern auch lokalisiert habe. Ähm, äh, äh, okay, was hat er gesagt? Äh, der Pioniergäst hat Amerika immer definiert, auch in vielen anderen Bereichen. Ich denke, sie sehen das. Ich denke, das ist offensichtlich. Alles, was sie tun müssen, ist zu sehen, was an den Märkten passiert und all die großartigen Dinge, die passieren. Wir führen wieder, äh, wir führen wieder in vielen verschiedenen Bereichen. Das wird mit der Zeit immer offensichtlicher. Also, ein bisschen gestammelt war es schon, was er da gemacht hat, äh, das war offensichtlich nicht abgelesen. Ja, also, äh, von ihm kam eher so, so marktaffines Zeug. Schlimm fand ich das, was der Vizepräsident vorgetragen hat. Pence. Äh, wie heißt der mit Vornamen? Mike. Mike Pence, genau. Ähm, ich, ich hab das halt nicht nur übersetzt, ich hab das auch mal eingedeutscht, äh, im Sinne von alles, was Amerika ist. Und jetzt bitte noch einen richtigen Tonfall verlinken. Okay, ich, ich, den krieg ich jetzt, also, du, du kannst ja so Kohle kaufen und filtern. Wollt ihr den totalen Weltraum? Genau das, genau daran. Ja, liest mal vor, ihr könnt euch das ja denken. Herr Präsident, ich, äh, und vor allen Dingen, äh, der, das ist so ein Schleimer, oh mein Gott. Ja, ja, was glaubst du, wenn man Vizepräsident ist? So ein rückgratloser Schleimer, das ist unglaublich. Äh, okay. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Danke für Ihre Führung und danke für die Ehre, heute hier zu sein, als Vorsitzender des deutschen Nationen, äh, nein, als Vorsitzender des nationalen Weltraumrats. Zu einem, wie ich glaube, so bedeutsamen Moment in der Geschichte deutscher Forschung im Weltraum. Wir danken den außergewöhnlichen Persönlichkeiten, den Kongressabgeordneten und Pionieren der Weltraumforschung, die heute hier versammelt sind. Wir danken Ihnen für alles, was Sie taten, um unserer Nation zu dienen, den Horizont des menschlichen Wissens zu erweitern und die deutsche Führung im Weltraum auszubauen. Herr Präsident, mit der Unterzeichnung dieser Weltraumdirektive stellen Sie sicher, dass Deutschland wieder führend im Weltraum sein wird. Um uns in diese neue Ära der deutschen Führung im Weltraum zu bringen, hat Präsident Trump den Nationalen Weltraumrat wieder gegründet. In der Gründungsversammlung im Oktober bestätigten wir einstimmig die Empfehlung, die nationale Luft- und Raumfahrtagentur zu instruieren, wieder deutsche Astronauten zum Mond zurückzubringen und dort die Grundlagen für eine Mission zu Mars zu legen. Mit der heutigen Handlung von Präsident Trump wurde diese Empfehlung zur offiziellen nationalen Politik Deutschlands. Wie jeder hier weiß, ist die Etablierung einer neuen deutschen Präsenz auf dem Mond essentiell, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Auch die Ziele, die der Nationale Weltraumrat umrissen hat. Wenn wir diese Ziele verfolgen, Herr Präsident, werden wir, wie Sie sagten, die nationale Sicherheit verbessern, genauso wie unsere Fähigkeit zur gemeinsamen Verteidigung der Menschen in Deutschland. Wir werden auch die Innovation vorantreiben, wie es Weltraumprogramme bisher immer getan haben, Herr Präsident. Sie haben das oft betont und wir werden sehen, wie Arbeitsplätze entstehen, von denen wir heute nicht einmal vorstellen können, dass sie entstehen werden. Und letztlich werden wir sicherstellen, dass die Regeln und Werte der Weltraumforschung unter deutscher Führung geschrieben werden, mit deutschen Werten. Herr Präsident, Sie sagten, dass dieser Pioniergeist Deutschland immer definiert hat. Und durch Ihr Handeln heute mit dieser klaren Vision, Deutsche zum Mond zurückzubringen, sie zum Mars und darüber hinaus zu führen, stellen Sie sicher, Herr Präsident, dass Deutschland in Zukunft für Generationen im Weltraum führen wird. Und ich danke Ihnen für die Ehre, Teil dessen zu sein. Ist das ein Nazi oder nicht? Das ist auf jeden Fall Nationalist. Ne? Aber Sozialist, also... Nazi, ja, okay, Nazi nicht unbedingt, aber ich sag mal, das ist Rhetorik. Nennen wir ihn mal Wilhelm den Dritten. Ja, genau. Also nochmal klarzustellen, er hat natürlich nicht Deutsch gesagt, sondern US-amerikanisch. Er hat überall Amerika gesagt. Ja, aber um das mal irgendwie auch so emotional euch vorstellbar zu machen, hat das Frank jetzt mal ausgetauscht. Also ich möchte nur alle Verwirrungen beseitigen. Ja, ja, also es ist unglaublich eigentlich. Ja, also ich finde ein paar... Auch nicht neu. Ja, ich finde ein Part mit der deutschen Präsenz auf dem Mond besonders eindrucksvoll. Ich fand diese Überleitung von die deutsche Präsenz auf dem Mond ist essentiell und dann die strategischen Ziele für die nationale Sicherheit und gemeinsame Verteidigung der Menschen in Deutschland. Wahnsinn. Also diesen Sprung zu machen, ne, also die Präsenz auf dem Mond ist essentiell, um die Menschen in Deutschland zu verteidigen, beziehungsweise in Amerika halt, ne. Bäh, was? Also, äh, wie hieß der, wie hieß der Kinofilm? Ich hab den schon wieder vergessen. Welcher Kinofilm? Äh, Iron Sky, ne? Ja, ja, genau. Oder so, ja, genau. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich zu viel das gesehen. Ich hab keine Ahnung. Also, oah! Ja, da war ja Sarah Palin Präsidentin in Iron Sky. Die werden wir uns alle noch zurückwenschen. Oh! Ja, ja, äh, spannend. Ähm, genau, das war jetzt die Trump-Rede. Also, was man daraus ja vornehmen kann, also, was jetzt geändert wurde von der Space Directive 1 ist, dass Trump jetzt reingeschrieben hat, dass die USA zurück zum Mond will, was unter Obama noch nicht drin stand. Da war ja das Hashtag Journey to Mars ganz wichtig. Und jetzt ist es mehr so Back to the Moon. Und Journey to Mars ist mehr so im zweiten Schritt. Hieß irgendwie And Beyond oder so, ne? Genau. Kann das sein? Ja, also, Journey to Mars, And Beyond. Also, die wollen noch irgendwo, äh, ich weiß nicht, hinter Pluto noch, keine Ahnung. Ja, irgend sowas. Nicht mal mit eröffnen. Ähm, ja. Äh, ja, spannend. Spannende Geschichte. Äh, interessant, dass du es so eingedeutscht hast, wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber es macht natürlich sehr viel Sinn, um das so eindrucksvoll zu vermitteln. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab dann irgendwie abends, äh, das war auch so ein Ding, wo ich dann irgendwie um Mitternacht dann auf die Idee gekommen bin, verdammt, im Prinzip muss man was dazu schreiben. Und ich wusste einfach nicht, wie zum Teufel soll ich das Ding kommentieren. Es ging nicht. Also, und dann hab ich mir gesagt, okay, ich lass den Typ einfach für sich selbst sprechen, hab's halt auf Deutsch übersetzt. Ja. Und, äh, irgendwie ist, ja, also, irgendwann ist mir dann halt so klar geworden, also, hättet der nicht Amerika, sondern Deutschland gesagt, dann klingt das mehr nach Nazi als nach allem anderen. Mhm. Na, äh, ich weiß nicht, ob du den Teaser gesehen hast. Nee, was war da? Ja, den, den Teaser von dem, äh, 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 von dem Artikel, warte mal, wo hab ich den denn? Um, was, Politik? Wenn du mir sowas verlinkst, dann seh ich auch sowas. Deswegen sind schon uns... Ja, ich, ich bin gerade selbst beim, beim, beim Suchen, weil ich, ich hab das jetzt gerade über die, über die Statistik gemacht, vom Golem-Backend und, äh, das braucht immer etwas. So, äh, ja, Amerika will, Amerika will wieder zum Mond und noch viel weiter, ist die Überschrift und, äh, als Teaser, US-Präsident Trump stellt in einer Rede die neue Raumfahrtdirektive der NASA vor. Doppelpunkt. Amerika, Amerika, Weltraum, Amerika, Mond, Amerika, Mars, Amerika, Militär, Amerika, Amerika, Führung, Amerika, Arbeitsplätze. Das hat die Golem so durchgehen lassen. Äh, ich wurde gelobt. Okay, sehr schön. Ja, das ist ja gut. Ja. Aber ich hatte auch, äh, ich hab mich da auch, äh, rückversichert zuvor, also, äh, ja. Ja, äh, beziehungsweise ich hab's halt. Ich hab's halt ans Selektorat und gleichzeitig an die Textchefin, äh, äh, geschickt und, äh, einfach gesagt, äh, guckt euch das mal an, ob das so okay ist. Und das war okay. Dann hast du hier noch ein Thema stehen, Meteoriten explodieren wegen Luftguck in der Luft. Okay, äh, da bin ich ehrlich gesagt nicht nochmal dazugekommen, das, das Paper durchzulesen. Okay, schieben wir. Ähm, schieben wir, genau. Dann kommen wir zum Abschluss, äh, zu so einem kleinen, äh, ISS-Thema. Ist ja so ein bisschen vernachlässigt worden von uns, die ISS in den letzten Folgen, ähm, aber die machen ja trotzdem Dinge. Und, ähm, zurzeit ist ja auf der ISS der ESA-Astronaut Paolo Nespoli der älteste aktive Raumfahrer in der ESA mit 60 Jahren, äh, ist dieses Jahr 60 geworden, ähm, war schon bei STS 120 und der ISS Mission 2627 dabei. Du meinst der älteste derzeit aktive? Hab ich dir gesagt, der älteste aktive Raumfahrer der ESA. Ach, der ESA, oh, stimmt, stimmt, äh, sorry, sorry, ja, okay. Und, ähm, äh, der hat sich, ähm, mehr so aus Witz beschwert, dass es auf der ISS keine Pizza gibt. Als, äh, Italiener vermisse das natürlich. Und, äh, dann war auf dem letzten Cygnus Frachter Tomatensauce und, äh, vorgebackener Pizzateig. Und Belag und, ähm, sie haben dann sich zusammengesetzt und, äh, diese Pizza belegt konnten sie ja leider halt nicht im, im, äh, backen, auch, also Steinofen oder Holzofen war dann doch nicht dabei. Aber haben sich das dann halt so ein bisschen belegt, so mit Salami und Oliven und was dann noch war und Tomatensauce halt und ein bisschen Käse. Und hatten da so eine kleine Pizza-Party und, ähm, nannten das irgendwie so die fliegenden Untertasten der anderen Art. Und, äh, es gibt ein Video. Äh, kann man sich anschauen, so, so ganz, ist so, also, einfach ein ganz netter PR-Stunt, den, den die, den die ESA da gemacht hat. Ähm, und, äh, schön. Und kam halt wenigstens von der ESA und nicht wie damals von Pizza hat. Nicht damals wie, äh, oder, ja, also es war, es war keine gesponserte Pizza. Also, wie erinnert uns jetzt. Oder der komische Cappuccino oder was das war. Nee, es war, Cappuccino musste ja irgendwie Milch aufschäumen. Ja, nee, was auch immer es war. Es war eine Espresso-Maschine. Eine, äh, eine Espresso-Maschine. Äh, von Lavazza. Das war als Samantha Christofferetti auf der SS war. Ja. Ähm, das war aber auch, das ist aber ganz schön, also es war schon, schon technisch so ein Anspruch, also anspruchsvoller als eine Pizza zu liefern. Ja, ja. Also, das ging ja auch um die Tassen und wie die dann entwickelt wurden, damit die mit Kapillarkräften den Espresso zum Mund führen. Das war schon spannend. Jo. Okay. Genau, das war unser Rausschmeißer und jetzt machen wir noch, ähm, Kurzhaus- und Hausmeister rein. Genau, äh, du hast oben irgendwas, du hast irgendwo den Ingo erwähnt, oben. Ähm, achso, ja, das, das, ähm, das sage ich einfach jetzt, ich hoffe, da ist uns nicht böse. Der Ingo ist natürlich auch einer Unterstützer, der ist bei Libera Pay und, ähm, 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 ähm. Also, der hat mir gesagt, dass er jetzt bei Libera Pay ist, deswegen wollten wir ihn auch erwähnen, das haben wir die letzten zwei Folgen vergessen. Deswegen holen wir das jetzt nochmal kurz nach. Also, Ingo unterstützt uns auch ganz fleißig, also der Oschnie auf Twitter, ähm, der ist ja auch ein ganz fleißiger Hörer und Kommentator und alles. Und, äh, deswegen, äh, vielen Dank dafür, das hatte ich vorhin vergessen. Ähm, genau, Hausmeister rein, Ankündigung. Wir haben ja schon gesagt, dass wir auf dem 34C3 sind, das hat hoffentlich auch jeder mitbekommen und verstanden. Ähm, und dass wir dort, äh, Vorträge halten auf der Open Infrastrate, Open Infrastage. Und, ähm, wir machen noch viel mehr Sachen auf dem Kongress. Äh, ich bin ja auch Teil des Sendezentrums. Ich plane ja da… Die sind ja Podcaster. Ja, genau, ich plane ja da einen Sendetisch mit und, ähm, zum einen machen wir dort eine, äh, Countdown-Podcast-Folge, wo wir so einen kleinen Jahresrückblick machen. Ich hab jetzt mal den orbitalen Jahresrückblick genannt, wo wir über die üblichen Pleiten, Pech und Pannen sprechen, aber auch so über, über Sachen, die uns gut gefallen haben. Irgendwie neue Firmen, natürlich irgendwie auch über SpaceX, was die gemacht haben, was andere Firmen dieses Jahr erreicht haben. Ähm, was so, äh, so, Deep Space gab's dieses Jahr gar nicht so viel. Also, dass irgendwie so tief im Weltraum was passiert ist. So, endlich viel nicht, ähm, ach so, äh, was ich vorhin bloß gelesen hatte, kurz, äh, das neue Ziel von, äh, MU, es gibt ja MU-669, der Asteroid, also 2014. Das Kuiper Belt, genau. Zu dem New Horizons gerade fliegt und, äh, das hat, das untersucht man natürlich jetzt, äh, nach allen Regeln der Kunst, so viele Möglichkeiten hat man da nur nicht. Äh, und es gab jetzt eine Sternenbedeckung davon und, äh, äh. Das ist aber schon länger her. Äh, äh, weiß ich nicht. Wo gezeigt wurde, dass das einen Doppelkern hat? Genau. Das ist, das ist, aber, das ist uralt. Also, das ist, das ist, also, das weiß selbst ich schon sehr lange. Okay, dann ist mir eine alte Nachricht, ja, dann ist mir eine alte Nachricht reingespült worden. Guten Morgen, Herr Wunderlichpfeifer. Ja, nee, mir passiert sowas, das ist normal. Ja. Es kann auch, es kann auch sein, dass die jetzt, äh, einfach eine, eine zweite Messung machen. Ich wette, da haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Ja, muss ich mal schauen. Okay, gut. Äh, ja, wie gesagt, das ist halt bloß, das fliegt an mir vorüber. Wie so ein Kappelbelt, das fliegt, es saust an dir vorüber. Genau. Genau. Nee, äh, dann, das war, da stand ich gerade im Lidl in der, in der Warteschlange. Und, ja, und kam halt, äh, ja, da kam ich dran und, äh, bin hier hoch und musste noch was essen und dann irgendwie podcasten und so und irgendwie ist mir das dann, ich hab, ich hab nicht nur die Zeit gehabt, da nochmal zu gucken, wann das eigentlich war von der Zeit her. Hm. Ja. Na gut. Ähm, also, wir machen da auf dem Kongress so einen kleinen Jahresrückblick, Jahresrückblick. Äh, genaue Zeit wird noch bekannt gegeben und, äh, wird auch, äh, im Livestream zu hören sein, sofern das Internet hält, also, äh, kann man auch außerhalb des Kongresses sich anhören, wird dann natürlich auch als ganz normale Podcast-Episode veröffentlicht, ähm. Ja, und ihr könnt natürlich auch live dabei sein und euch daneben setzen mit Kopfhörern und so und, ja, wie halt jedes Jahr, ne? Genau. Dann machen wir ja noch bei unserem anderen Podcast-Projekt die finale Folge, nämlich den Märchen von Übermorgen. Da ist ja die, ähm, vorletzte Folge jetzt erschienen, hab ich veröffentlicht und jetzt machen wir, so, besprechen wir die allerletzte Folge von Rom-Patrouille Orion. Äh, und das machen wir auf dem Kongress, weil wir alle vier, also Judith, Mirko, du und ich, da sind. Ja. Und das machen wir auch dort, kann man auch live zuhören und wir haben auch schon, glaube ich, einen Gast, ähm, oder hat sich jemand gemeldet, der sich mit, äh, Trick- und Fernsehtechnik der 60er-Jahre auskennt und, äh. Das ist mal cool. Der meinte, äh, könnte da gern dabei sein, wenn, wenn, wenn das passt für uns. Natürlich, sicher, gerne. Ähm, also das wird dort passieren und, äh, Judith hat ja jetzt ihren neuen Podcast Deutsche Erbstöcke oder Erbstöcke der deutschen Geschichte, wo Frank und ich, äh, über die V2 reden werden, wahrscheinlich. So genau weiß man das noch nicht, aber sowas in die Richtung wird passieren. Irgend so was, ja. Und, äh. Das Dumme ist ja, ich hab ja hier seit die, seit dieser ganzen Rück, seit diesem ganzen Rückschau-Wahn auf den Ersten Weltkrieg, äh, äh, kenne ich ja jetzt, äh, ziemlich viel Waffentechnik aus der Zeit. Und, äh, du bist ja auch bei Damals-DM zu Gast wieder. Ich bin wieder bei Damals-DM zu Gast, äh, eine lange angekündigte Folge, haben wir schon im letzten Jahr angekündigt gehabt, äh, äh, über Kernkraft im Weltraum. Zufall. Nee, ist wirklich Zufall. Also, äh, wir hatten das, also in Luft- und Raumfahrt, äh, ich hatte das irgendwie so, äh, ja, ja, ich weiß nicht. Ich hatte damals die, die Folge, äh, abgeschlossen mit, ja, und beim nächsten Mal wird's abgehoben. Äh, äh, und das war schon, da hatten wir uns schon drauf verständlich gehabt, aber das steht jetzt schon seit über einem Jahr. Und jetzt hab ich mir gesagt, okay, gut, jetzt, jetzt bin ich einmal an dem Thema, jetzt können wir das auch noch machen. Ja. Und, äh, ist dann halt mehr als nur Raumfahrt, also, da ist dann noch ein bisschen mehr dann dabei, so Luftfahrt und so. Und, ja. Und ich mach ja den traditionellen Star-Wars-Talk mit, äh, sieben anderen Leuten, äh, wo wir über Star-Wars-Episode 8, die letzten Jedi, reden werden. Ja. Äh, ich hab eine, es gibt eine Rezension auf golem.de, die ich noch nicht durchgelesen habe, wo ich nur die, äh, nicht sehr begeisternde Überschrift gesehen hab. Ah, okay. Also, ich, ich seh den Film morgen, äh, in OV natürlich, äh, in 3D. Und, äh, bin schon gespannt. Jo. Und, äh, genau, dann gibt's natürlich auch, äh, für Leute, die auf den Kongress fahren und so, äh, like-minded people suchen, also Leute mit gleicher Raumfahrtgesinnung, gibt es die, ähm, Chaos Space Operations Center Assembly, die CSOC Assembly, ähm, wo wir teilweise rumhängen werden, auch Leute, äh, höhere und, ja. Ja. Ähm, ähm, der, der Inko ist zum Beispiel da, der hört uns ja und der ist ja da bei diesem Flying Laptop-Projekt dabei und, äh, der Sebastian, der das auch so ein bisschen organisiert oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz, ganz viel bisschen und, äh, viele andere Leute und vielleicht trifft man sich ja da mal, äh, zum, zum gemeinsamen Austausch von, 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 von konfinierten Kaltgetränken und, äh, Gedanken. Ja, und, äh, angekündigt ist, äh, insofern das alles funktioniert übrigens ein Simulator einer Soyuz-Kapsel. Ja, es ist ganz viel angekündigt, also es bringen Leute ihre, ihre Radioteleskope mit und, äh, sonstige Sachen, ähm, sehr viel, wird spaßig. Ja, äh, ich bin, ich bin echt gespannt, äh, wer übrigens… Ja, ich nehme ein großes Aufnahmegerät mit, auch so für, damit man unterwegs mal im Podcast was machen kann. Ja, äh, ich habe mir immer noch keins gekauft, das ist, äh… Wir brauchen eins für… Ich glaube, Behringer, Behringer, äh, liefert ja nicht so schnell, oder? Wie lange brauchen die? Behringer? Was willst du mit… Wir, ja, das… Ey, 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 nicht Behringer, nicht Behringer, Thomann. Thomann heißen die, ja? Ja, die, die brauchen… Der Laden, der Laden hat… Haben die nicht in Berlin ein Geschäft, wo du es abholen kannst? Achso. Ich weiß gar nicht, ob das in München oder… Äh, ja, also ich, ich werde auf jeden Fall was mitbringen. Ich werde Technik mitbringen. Ähm, genau. Also das ist unsere Kongressplanung. Ähm, bisher ist ja natürlich offen zur Änderung. Aber wenn ihr da seid, sagt doch mal Hallo, gibt da vorher auf Twitter irgendwie ein Piep ab. Ich werde auch schon mal wahrscheinlich eine Decknummer haben, also ihr könnt mich auch auf dem Haustelefon anrufen, wenn ihr wollt, ähm, falls ihr, falls ihr dringende Fragen über, über die, die, die Geschichte der Raumfahrt braucht. Ähm, und das, äh, war es von der Hausmeisterei und wir machen jetzt noch die Raketenvorhersage für, äh, wie lange machen wir die eigentlich, bis die Raketen ausgehen, oder? Äh, so ungefähr. Ähm, jedenfalls, äh, morgen fliegt euch hoffentlich eine Elektron um die Ohren. Früh um, äh, halb drei oder so. Ja. Äh, da wird das, wird das Launch-Window geöffnet. Äh, warte mal, ist das halb drei unserer Zeit? Das ist halb drei, ja, ja, das ist, wir sind, das ist, äh, GMT. GMT, ja, GMT, aber wir sind ja ein GMT plus eins. Genau, also halb drei. Halb drei. Halb drei bis halb sechs, äh, bis halb sieben geht das Startfenster. Vielleicht bin ich ja schon wieder back. Äh, fünf, Ariane 5 ist gestartet, hat die Galileo-Satelliten erfolgreich ausgesetzt, äh, wollen wir mal nicht vergessen zu erwähnen. Ja. Und, äh, am 15. Dezember, also, äh, fliegt, äh, die Falcon 9 hoffentlich mit, äh, SpaceX Crew Resupply Ship, ne, Commercial Resupply Ship ist doch CRS. Äh, oh, ich weiß es nicht mehr. Also, SpaceX Dragon Frachter CS 13, ähm, Start ist um 16 Uhr 35, also fünf nach halb sechs, ne, fünf nach halb fünf unserer Zeit. Ja, ein fliegender, ein fliegender, gemischter Gebrauchtwaren, äh, Laden. Nein, ein Gemischwarenladen, wenn schon. Äh, nein, ein Gebrauchtwarenladen. Ein gebrauchter Gemischwarenladen, meinst du? Ein gebrauchter Gemischwarenladen, genau. Äh, weil sowohl die erste Stufe als auch, äh, die, die Dragon Kapsel, äh, gebraucht sind. Also, sind schon mal geflogen. Nur die Oberstufe, die ist neu. Genau. Ähm, vom, äh, Space Launch Komplex 40, der ja repariert wurde. Und, äh, genau, fünf nach halb fünf, 16 Uhr 35 am Freitag. So, dann klopfen wir auf Holz, äh, weil am 17. Dezember fliegt eine Soyuz zur ISS und, äh, da sind dann hoffentlich alle Lagersensoren richtig eingebaut, weil da sind Menschen an Bord. Ne, dort müssen sie ja nichts ändern. Die fliegen ja von Baikonur, da ist ja alles korrekt. Ja, aber trotzdem, also es, es gibt durchaus, also man, man hat schon von Baikonur Protonraketen, äh, rückwärts fliegen sehen. Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, ne, also. Aber ich, ich denke mal, äh, ich hoffe, Klopfer-Folz, dass alles gut geht. Genau. Dann haben wir am 22. und 23. Dezember eine Falcon 9 mit dem Iridium, mit den Iridium-Nexus-Satelliten 31 bis 40. Warte mal, das ist, ich sehe hier gerade, ich gucke hier gerade etwas ungläubig auf die Zeiten. Wieso? Das ist bei, beides GMT, das ist 1.26 Uhr GMT. Ja. Und guck mal, ein, zweite Runden, äh, in Japan. Ah, gleichzeitig. Ein H2A. Das, das ist ja lustig. Also ich sag ja, ich gucke hier gerade etwas ungläubig dazu auf, aber das scheint zu stimmen. Es fliegen sowohl eine, ähm, Falcon 9 als auch eine H2A um 1.26 Uhr, äh, Greenwich Meridian Time oder 2.26 Uhr unserer Zeit. Wenn alles gerade läuft, fliegen die simultan. Ja, mit 22 Sekunden Unterschied. Ja, okay. Ähm. Das ist mal cool. Das ist, äh, das ist interessant. Wie, wie, wie lange braucht eigentlich das Licht von Japan nach, nach USA? Also vielleicht ist das ja... Äh, nee, 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 nee. Das sind bloß, das sind bloß, das sind bloß 10 Sekunden. Okay, gut. Ähm, also es ist, ist auf jeden Fall interessant. Interessant, äh, ist es da zum Glück weit genug auseinander, dass das funktioniert? Ja, äh, das wird keine Kollisionen geben, aber, äh, das ist mir noch, das ist mir noch nie passiert. Sind die Iridium-Satelliten nicht auch in einem polaren Orbit? Ja. Und wahrscheinlich der GECOM-C und L-SAT S-L-A-T-S wird wahrscheinlich in einem geostationären Orbit fliegen. Nee, das ist irgend so eine Untersuchung. Das dürfte, warte mal, Fly a super low Orbit. Also ein sehr niedriger Orbit. Okay, also die werden schon irgendwie abgesprochen haben. Hoffentlich haben die ihr Memo gelesen. Ah, S-LAT steht für Super Low Altitude Test Satellite. Okay, also nichts, was lange oben bleiben wird. Ähm, naja, wieso, wenn du irgendwie einen guten Ionenantrieb hinten dran hast, was er auch hat. Ah, okay. Wird wahrscheinlich, also muss man sich mal angucken, wie der aussieht. Das ist bestimmt so ein windschnittiges Ding. Wie damals Goje. Warte, ich schau mal. Weil Goje flog ja auch schon. Wo schreibt man denn S-L-A- S-L-A-T-S. Ähm, Japan. Oder Tsubame. Ah ja, ich hab ihn hier. Man, äh, gibt's hier ein Pilt. Äh. Ja. Ja, das... Ah, der hat Flügel. Aber das sind keine aerodynamischen Flügel. Also es ist... Das ist nicht sehr... Ja, also du kannst die, also die, die werden wahrscheinlich genauso ausgerichtet sein, dass die, äh, den Höhenverlust gleich mit ausgleichen können. Ja, ja. Also, äh, das macht ja Planet Labs auch. Aber es ist nicht so schön windschnittig wie, äh, Goje. Nee, leider nicht. Nee. Ja. Ähm, aber Planet Labs macht das ja auch. Also die, äh, die richten ja ihre Satelliten auch so aus, dass die die Restatmosphäre, äh, benutzen, um zum Beispiel etwas an Höhe zu verlieren, wenn sie, äh, irgendwelchen Trümmern ausweichen sollen oder sowas. Ja. Also, äh, das ist durchaus, also, äh, du kannst dir sicher sein, dass da ein Aerodynamikprogramm, äh, im Hintergrund mitgelaufen ist, als sie das Ding, äh, entworfen haben. Ja, ja, schon klar. Äh, dann haben wir, äh, eine Zenit 3F. Aus dem Baikonurkosmodrom mit dem, äh, Angosat. Das ist ein, äh, das ist Angolas erster Satellit. Das ist ja interessant. Ähm, am 26. Dezember, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, wo wir alle hoffentlich im Zug sitzen nach Leipzig. Genau, äh, ehemals, äh, portugiesische Kolonie. Angola. Ja. Willst du? Ähm, ja. Ah, der 27., 28., also 28. Dezember unserer Zeit, wieder zu, äh, viel zu frühen Zeiten, an denen man garantiert schläft. Oh, das ist die, äh, ich weiß, was das ist. Ah, genau. Das ist, ach, verdammte Scheiße, mitten auf dem Kongress. Ja, können wir Public Griming machen. Wie viel läuft das? 4.30 Uhr. Ja, da sind die Leute wach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, im Kongress ist das, ist das im Grunde Nachmittag. Ja, ja, aber, äh, welcher Tag ist das? Das ist dann Tag, Tag 2? Tag 1, Tag 1, Tag 1, Tag 2. Okay, da ist, das ist tatsächlich ein bisschen leer, das Programm, aber ich hab an Tag 3, ah, scheiße, ich hab noch nicht nachgeguckt, wann ich, äh, wann ich damals TM habe. Ähm, warte, das kann ich dir grad sagen. Ja. Äh, du hast das, ähm, ist das hier drin? Warte, kurz, muss kurz. Ja, ja, du, du organisierst das Zeug. Ja, ja, warte, äh, warte, damals TM hast du, äh, an Tag 3 um 13 Uhr. Ja, ne, siehste, äh, das ist ein bisschen. Ne, das ist ja, das ist ja auf 29. Ja, okay, könnte klappen. Ja, jedenfalls, das ist dieses, das ist diese, diese kleine Rakete, die drei Tonnen oder so. Die kleinste orbitale Rakete der Welt, oder? Ja, die beim ersten Mal ja, äh, äh, nicht funktioniert hat. Ja. Im Januar dieses Jahr war das, ui. Oh, wir haben ja auch noch einen Jahresrückblick reintun. Ja. Ja, ich meine, was haben wir da gewartet, ne? Mhm. Und dann irgendwo so, 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 irgendwie, die Unprofessionellsten hatten noch den, waren die Besten am Ende. Ja, irgendwie mit, mit, äh, äh, von so einer Aussichtsplattform und hinterm Haus und, äh. Und irgendwie mit einem, mit ne, irgendwie Handy-Kamera hinter. Ja, das war schon spannend. Das war spannend, ja, ja. Ähm. Dann haben wir noch für späten Dezember eine lange Marsch 2D mit Superview 103 und 104. Ja, für die Beijing Spaceview Technology Company, auch bekannt als Gaujin. Ja. Und, äh, dann Januar, äh, haben wir halt, äh, hier Sachen wie Völkenein, äh, Zuma, ähm, wir haben eine PSLV mit Kartusatz 2ER und Nova Sar, Nova Sar S. Ja, äh, irgendwie, es soll auch mal wieder eine Delta IV fliegen. Genau. Das wird dann bald eine der Letzten sein. Echt? Irgendwann müssen, irgendwann müssen doch die, irgendwann sollen die doch ausgemustert werden. Und dann kommen dann die Delta IV oder die. Zumindest die Mediums. Also, äh, die Ansage war ja ganz klar, dass die, dass die, äh, Delta IV Medium irgendwann, ich weiß nicht, ob es die letzte war, ganz bestimmt nicht, äh, aber dass die Mediums ausgesondert werden und nur noch die Heavys fliegen von der Delta IV, äh, weil die einfach zu teuer sind. Und die Delta, die Heavy brauchst du halt praktisch nur deswegen, weil die halt, äh, eine sehr hohe Nutzerskapazität hat, die die Atlas V nicht hat. Gibt's dann irgendwie, äh, wo, wo kommt eigentlich das, äh, das, das, was jetzt, das BE-4 dran, wo soll das dran hängen? Äh, das ist die Vulkan. Ah, das ist aber die Nachfolge dann von der Delta IV? Das ist dann die Nachfolge von allen beiden. Ah, okay, okay. Aber die braucht noch ein bisschen. Genau. Genau, ähm, ja, so für, für, mit, mit dem Enrol 47 Satelliten. Und dann haben wir natürlich im Januar auch noch Falcon Heavy Demo Flight, ähm, will attempt to place a Tesla Roadster on an Earth escape trajectory in a heliocentric orbit. Herrlich. Herrlich, ja, ja, das ist, das ist lustig. Gibt's denn irgendwas Spannendes noch in der Vorschau jetzt auch für TV? Na, es gibt eine GSLV Mark II, die mal wieder starten soll, äh, ich hoffe, dass die keine Probleme mehr macht. Ja, aber ich hatte, ja, am Anfang hatte die immer mal Probleme gehabt, die Rakete. Und, äh, eine Epsilon-Rakete, äh, es dürfte erst die zweite oder dritte sein. Ähm, das ist so eine, so eine kleine japanische Rakete, Feststoff, äh, Booster letzten Endes und der Nachfolger der M5. Äh, die M5 hat so, so Satelliten gestartet wie die, äh, wie Hayabusa, glaube ich damals. Ah, okay. Ja, Hayabusa II steht uns ja nächstes Jahr ins Haus. Also, er steht dem, äh, Asteroiden, Kometen ins Haus. Ja, Hayabusa, äh, 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 Spacecraft. Mal gucken, mal gucken, was wir, was uns hier gesagt wird. Ja, war eine M5. Ah, sehr schön. Ähm, ja, das glaubt, das, das war's jetzt erstmal für uns. Jo. Wir hören uns dann vom 34 C3. Genau, 34 C3 und dann irgendwann Mitte Januar wieder. Genau. Also irgendwann, wenn die, wenn die Epsilon fliegt oder so. Ja, wir haben ja dann, wir haben dann Ende Januar, ja, ich, ich glaub. Ach, verdammt, wir haben ja noch, im, im Januar ist ja noch die, ach, du liebes bisschen. Ähm, dann müssten wir die Sendung, äh, irgendwie am 12.13.14. Ja, da bin ich nicht, bin ich nicht da. Da bist du nicht da. Wir klären das noch ab, wir machen das jetzt nicht in der Sendung. Das machen wir nicht in der Sendung, genau. Äh, ja, äh, ich, ich werde, ich werde in Tübingen sein. Genau, 20. Januar. Ich werde nach Tübingen kommen. 20. Januar, genau. Und ich werde nach Heidelberg kommen, am 18. Und am 19. Frank geht auf große Deutschland-Tournee, jetzt in allen großen Hallen. Noch nicht ganz, nee. Arena, Allianz Arena. Ich mach ne, ich mach ne, ich mach ne kurze Stippvisite in, äh, in Frankfurt. Und dann am 19. Äh, nach Heidelberg. Und dann, äh, äh, mal die, die Spektrümmer in ihrem Bunker besuchen. Spektrümmer? Nö, na, Spektrum der Wissenschaften. Ah, genau. Die, die, die Trümmer nur noch, ne? Die Spektrümmer. Äh, ja, und dann am 20. halt nach Tübingen. Ja. So, äh, und dann wieder zurück. Dann bin ich wahrscheinlich völlig kaputt, weil ich, äh, in der Zeit halt irgendwie zweimal halb durch Deutschland mit dem Zug gefahren bin. Äh, ja, wäre ich Blickwinkel, äh, auf Twitter bekannt Blickwinkel, ich weiß gar nicht, wie die auf, ich, ich, ich muss mal fragen, wie die eigentlich heißt. Ich weiß, wo sie wohnt, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich hab dann das gleiche Problem wie in Potsdam. Ich kenn die Adresse, aber ich weiß nicht, wo ich klingeln muss. Ähm, ja, äh, auf Twitter, äh, bekannt für ihre drei Hunde und da ich ja, da ich ja dabei bin, meine Hundeangst zu bekämpfen und ich weiß, dass das drei sehr nette Hunde sind, äh, und ich einfach die Blickwinkel auch, äh, mag, äh, von daher, äh, kann man da doch mal, äh, vorbeischauen. Und wir haben uns zum Essen da verabredet einfach mal mit den Hunden. Und ich hoffe, die sind wirklich so nett, wie sie, wie sie auf den Fotos aussehen. Ja. Okay, ähm, dann sagen wir, äh, auf Wiederhören. Jo. Lasst mal ein Kommi da, wenn ihr was, äh, wenn ihr was Freshes zu sagen habt. Ähm, ja, irgendwelche Kommentare sind, äh, sehr, sehr empfehlend. Genau, und unterstützt uns auf LiberaPay mit Hartgeld. Ja, äh, elektronischem Hartgeld. So, jetzt treten wir noch hinterher bei Patreon. Genau. Ui, 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 ui. So, also dann, äh, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.